und damit herzlich willkommen zum heutigen ww stream ja ich hab bock deswegen auch fünf vor sieben ich weiß auch nicht was das eine mit dem anderen zu tun hat aber ich dachte warum sollte ich jetzt hier noch fünf minuten warten und ja begrüße euch wir befinden uns noch in oribos ich war in der abwesenheit nicht weiter questen in seraph mortis aber ich habe zumindest schon mal unser sanctum besucht und habe dort alle kram angenommen und habe auch mal wegen meinen addons geguckt einer dann ist runtergeflogen weil ich feststellen musste dass seit monaten eine datenbank dazu von ww ab nicht mehr unterstützt wird und ich denke dass wenn ww ja wie sagt man ein ww abdater addons das nicht mehr unterstützt das bild hat möglicherweise auch nicht unbedingt so geil kompatibel damit ist und ja alte ludic war und ist nach wie vor eins meiner lieblings addons für ganz viele übersichten ich habe aber auch festgestellt dass safe instance auch sehr viel abdeckt was ich nicht verstehe ist wir haben hier gerade ein safe instance nur drei charaktere an der liste und das seit gestern ich habe keine ahnung ob es vielleicht mit dem update zusammenhängt oder auch nicht aber es ist eigentlich up to date und es hat nur drei charaktere und zwar einmal unsere heiler druiden unseren todesritter und unsere jägerin wir haben uns seit dem patch aber nur mit der jägerin eingeloggt und auch wenn ich hier drauf klicke sind nicht mehr charaktere verfügbar wenn ich oder mal hier gibt es doch die funktion halte alt gedrücken um alle daten anzusehen auch wenn ich das mache passiert nichts oder im zurück tut es doch also sind sie doch alle da okay aber wieso zeigt er mir nur drei leute an das müsste irgendeine konfiguration sein jetzt muss ich mal schauen ob sich da was geändert hat charaktere ne eigentlich habe ich hier die prioriste drin also ich weiß nicht warum man mir die anderen charaktere nicht anzeigt wenn da jemand bescheid weiß vielleicht keine ahnung dann würde mich das mal interessieren weil unsere hauptcharaktere und zwar mit shiro unser todesritter die eule und unsere priesterin sind unsere vier hauptcharaktere momentan so ein bisschen ich versuche alle vier so ein bisschen abzudecken aber vorrangig natürlich den jäger weil das der main ist sind eigentlich in der übersicht schon wichtig aber ich weiß nicht warum so wir gehen nach seraph mortis wir haben dort noch eine menge zu tun ich habe schon gelesen ich habe mich heute mal ein bisschen belesen dass wir drei kapitel diese woche machen können und wir haben eins aufwärts unbekannte und wir kämpfen weiter seit kapitel 2 trefft euch mit chandries bei provis strata das ist die hauptkampagnenquests die sachen daneben sind nebenquests die machen wir auch also nebenbei das heißt wir stürzen uns jetzt zu chandries wir sollen glaube ich mit ihr jetzt muss ich kurz nachlesen wir sollen die streitmacht der schlundgebundenen aus dem osten infiltrieren also das könnte wieder sehr spannend werden wir haben gestern übrigens ja uns den endler hier angeschaut da wollte ich jetzt noch mal nachgucken wie viel animal wir eigentlich benötigen um ein komplettes set herzustellen ehrlich gesagt weil da bin ich mir jetzt nicht sicher wir haben hier eine waffe schmuckstück brust helm beiner schultern stiefel handschuhe armschienen gürtel umhang hals kette und regen das bedeutet wenn ich jetzt zusammen zähle 246 18 12 13 14 weil wir brauchen zwei ringe und wir brauchen zwei schmuckstücke also 15 mal 500 jetzt muss ich mit einem mittler rüstungsset der gegenstand stufe 226 7500 anima so jetzt wird spannend jetzt wird spannend wie kriege ich das jetzt hin dass der mir hier alle leute anzeigt das ist doch kacke mit details sind das zeige indikatoren setzen halte eingedrückt und alle daten sozusagen ja charaktere können wir uns hier schnell ausloggen nein können wir nicht wo ist der ruhestein der gast wird hier da vorne müsste der sein hier genau also hier müssen wir uns ausloggen können dann loggen wir uns kurz mal mit unserer prästerin ein vielleicht kriegt sich selbst instanz wieder ein und sagt okay hallo eigentlich ist sie ja ausgewählt in der liste aber irgendwie wird sie nicht angezeigt so ja ist in ordnung wir machen jetzt aber ja 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 ist okay sie wird hier immer noch nicht richtig angezeigt also irgendein problem hat dieses addon gerade dass sie nicht in der liste angezeigt wird das ist kacke muss ich euch sagen wenn ich alt drücke dann explodiert beim bildschirm ihr habt es gesehen ich könnte natürlich die anderen charaktere überhaupt aus der datenbank rausschmeißen aber das ist ja nicht sinn und speck der ganzen sache das verstehe ich nicht gibt es da noch probleme vermutlich war anzeigen wenn gespeichert immer anzeigen vielleicht machen wir die option mal rein dass diese charaktere immer angezeigt werden wobei akira können wir so unterstellen sunlight ist unsere heilerin die ist auch nicht wichtig die sind wichtig okay ah ja jetzt haben wir trotzdem ein mehr drinnen moment das kriegen wir hin wieso wird die jetzt noch mit angezeigt nie anzeigen gut dann ist sie raus anzeigen wenn gespeichert das verstehe ich nicht wieso wird sie angezeigt aber akira nicht egal wir machen sie jetzt mal raus weil ich will nur diese vier charaktere sehen 7500 anima das heißt felicia kann sich ihres fast komplett selbst erwirtschaften aber nur fast und delis und voluna brauchen definitiv unseren support das ist facco weil ich möchte ganz ehrlich bevor diese charaktere im seraph mortis einmarschieren muss man ja bald so sagen auch wenn das wort heute vielleicht ein bisschen gefährlich ist zu verwenden würde ich die gerne auf den gegenstandsstufe 226 pushen und für die felicia wie komme ich jetzt auf felicia mit chiro hat eindeutig genug anima die kann zwei leute auf jeden fall bezahlen das heißt sie kann für mondelis und voluna auf jeden fall bezahlen felicia muss sich also reinhauen und ein bisschen anima gut der plan steht auf jeden fall für die tricks aber vorrangig ist natürlich jetzt erstmal unsere hauptkampagne weitermachen damit wir nämlich in die aufgabe von seraph mortis ok gut soviel zum plan heute wie gesagt open end heute ich habe urlaub und ich habe heute sehr viel geschlafen also es dürfte theoretisch nichts passieren weswegen wir aufhören müssen zeitig mein plan ist heute eigentlich alles soweit zu schaffen was so diese woche ansteht wir reden hier also von mindestens drei bis fünf stunden stream bestimmt also es kann gut passieren dass wir um 0 uhr erstes stream ausmachen vielleicht sogar noch ein bisschen später das ist vielleicht um den wochentag gesehen nicht unbedingt perfekt aber das ist mir egal so das ist mir heute einfach mal egal normalerweise halte ich mich immer an irgendwelche komischen richtlinien von twitch und sag mir ist ja vielleicht nicht so gut das heute so zu machen aber heute einfach mal nicht ich muss mich hier erst mal ein bisschen umschauen okay hier ist der typ von mal traxos angekettetes konstrukt okay hier geht schon ab wir müssen aufpassen dass wir jetzt nicht elitemob zu holen ist das geplant dass wir hier durch müssen schrumpfsimulator okay da ist unsere shandri ich höre da seid ihr ja ihre manöver sind sehr seltsam es ist fast als wäre der hauptteil ihrer streitmacht gar nicht hier so gut wie erledigt bisher haben wir nicht viel gesehen und das liefert mir auch so gut wie keine informationen über unsere feinde wir müssen uns wohl etwas genauer umsehen auf euren befehl kann ich uns beide von neugierigen augen verbergen aber haltet euch von den schrecken schreckenslords fern ihre augen sind scharf und können sogar eingetarnten jäger entdecken auf euer zeichen oh nice wir gehen in die hocke jetzt wieso das denn das ist ja krass also shandri macht's nicht warum auch immer aber wir gehen jetzt jedes mal in die hocke das ist neu blizzard bei diesen schleich mission das gab es uns nicht finde ich sehr gut und was ist mit kindessas idee gab es da erfolge sie wollen also die schmiede kontrollieren kommt lasst uns einen dieser obelisken finden woher weiß sie jetzt dass sie die schmiede kontrollieren wollen habe ich jetzt was nicht mitbekommen äh egal vielleicht löst sich das gleich noch auf das kalt wir brauchen zugang zum pausoleum beherrschte automaß so manipulieren die schlund gebundenen also die obelisken okay ich hab mal wieder einen frosch im hals und das ist so anstrengend oh mein gott hör doch mal auf wie den mobs zu polen mensch bist du irre oder was schaut davon sie haben bereits einen obelisken zerstört wo denn moment wo kommt sie hin wo ist dieser obelist von denen sie redet ich bin mal wieder blind ich weiß eigentlich wie ein obelist aussieht das sieht so säulenförmig aus so wie das da würde ich suchen okay ich verstehe es nicht ich bin ein bisschen verwirrt und das nach wie vielen minuten 13 aber es ging schon mal schlimmer vielleicht sehen wir den gleich erst wir haben die grafik nicht auf höchster stupe glaube ich aber das finde ich natürlich verwirrend für leute die die grafik nicht auf höchster stupe haben und obelisten zu reden den man nicht sehen kann oh was ist das ahja das ist ein obelist für mich aber die haben sie nicht zerstört diese obelisken kanalisieren die kraft der schmiede die übrigen müssen geschützt werden oh gott welche schmiede denn die schmiede danach leben okay und der schmiede reden wir ist okay ich bin ein bisschen so durchkämmt die sander das heißt wir müssen jetzt zurück kann ich jetzt mit ihr reden oder welchen aufgedeckt wir haben ihr nächstes ziel gefunden lasst uns schnell zu unserem verbindeten zurückkehren möge die göttin euch beschützen okay ich werde das jetzt noch nicht annehmen ich werde mich jetzt erstmal in sicherheit begeben ich bin nicht sicher ob sie mir dann meinen tarnmodus rausnimmt und dann stehe ich nämlich da ich kenne ja blizzard na wir kennen ja blizzard wenn die uns jetzt hier mitten in dem feindesgebiet einfach auftarnt das wäre ja mal richtig sick wir ringen uns mal an sicherheit und wir hier nicht mehr in dem feindesgebiet rum ran was ist denn das harmonie und zwietracht mitten im ne das ist das was wir jetzt hier haben wir haben ja auch westfrieden honig in der nähe das sind die dinger mitten hier im gebiet wie soll ich die denn hier machen vielen dank okay dankeschön grüße von jolt okay sagt mir jetzt nichts aber grüße zurück ich hoffe ich habe jetzt hier kein bot angriff so jetzt ehrlich gesagt nicht so geil ich werde mal die alerts ausschalten wenn ich das jetzt hinkriege weil ich glaube ich habe jetzt gerade ein bot das ist natürlich nicht so schön da bin ich jetzt auch das erste mal von der bot ich bin mir nicht sicher deswegen mache ich es jetzt erst mal aus da sind jetzt gerade ich weiß gar nicht wie viele leute das jetzt hier sind kann ich nicht genau sehen es gibt bei twitch sonnen genannten computer gesteuerten charaktere die werden vom computer erstellt die gehen auf irgendwelche kanäle drauf und drücken dann den automatischen follower button und das in zwei stelligen bereichen ich weiß nicht das kann man glaube ich nicht abstellen ich habe das ehrlich gesagt selber noch nicht miterlebt sondern nur bei twitch streamer angesehen ich weiß es nicht also wenn keine bots dabei sind du bist keiner weil du mir gerade schreibst nee die sind nicht im pc das ist ich wie soll ich das erklären die sind auf twitch unterwegs sag ich mal ich weiß auch nicht was denen das bringt aber da sind andere streamer auch schon betroffen worden und die haben dann vierstellige follower zahlen am ende gehabt und mussten die da wieder raus löschen weil das keine echten zuschauer sind sondern einfach nur computer da darf ich dann heute nachmittag morgen dann mich hinsetzen ich muss jetzt nur beobachten was jetzt der letzte zuschauer war der eigentlich offiziell richtig war wobei ja die liste ist sehr sehr lang ich bin jetzt schon bei 173 followern ich hatte vorhin noch 70 also ich glaube wir sind bei siebzehn bei hunderter bot es waren jetzt gerade hunderter hundert bots die sich jetzt auf meinen kanal geschaltet haben und das will ich nicht auf gar keinen fall ich will hier keine bots in der liste haben wie heißt das heißt die werden alle wieder rausfliegen wenn jemand von euch dabei ist wo ich aber gerade sagen muss das ist ein zuschauer wenn da jetzt ein zuschauer bei ist der nicht dazu gehört wie zum beispiel slenderio den würde ich da natürlich nicht raushauen ähm dann muss er sich halt neu einloggen äh neu verloren aber die anderen fliegen alle raus ich weiß auch gar nicht was man da machen kann aber ich habe gerade jetzt definitiv ein botwelle abbekommen ich habe eigentlich gedacht dass das dass das nicht mehr kommt aber krass ich hätte nicht gedacht dass ich als so kleiner streamer mit einer botwelle betroffen werde das ist krass ja also ich bin mir relativ sicher ich weiß welcher zuschauer der letzte richtige ist ähm wenn du auch gefolgt hast ich bin jetzt gerade nicht in der lage das alles durchzugucken weil das über 100 sind also ich gehe von ungefähr 100 aus ähm versuche ich dich da zu berücksichtigen aber ansonsten werde ich alle nach dem letzten einen zuschauer werde ich alle wieder rausschmeißen ja das ist natürlich eine super sache für die statistik bei twitch das ist richtig richtig beschissen das versaut nämlich die statistik so richtig bei twitch weil nach jedem stream kriegst du eine statistik von deinem letzten stream und ähm twitch sieht dann plötzlich okay die hat die letzten male 1 2 follower gehabt und dann geht die statistik plötzlich rapide nach oben mit über 100 und geht dann wieder runter auf 0 und das ist das ist scheiße das ist einfach nur scheiße ich weiß auch wie gesagt nicht was die genau bringen so wir sind jetzt übrigens enttarnt worden ich bin froh dass ich jetzt in einem sicheren gebiet gerade stehe wo ist chandri hin will die mich veralbern hallo wieso ist die abgehauen wow krass also das einzige was ich mir vorstellen kann ich habe ein bisschen werbung bei instagram dafür gemacht also ich habe ein post bei instagram gemacht möglicherweise hängt das damit zusammen ähm ich hoffe irgendwie nicht also bis jetzt hatte ich nie probleme ach scheiße man das ist nervig sowas das ist auch arbeit man muss jetzt 100 leute manuell wieder rausschmeißen das ist richtig richtig arbeit glaube ich es sei denn es geht hier in der liste relativ einfach ja ne also ich kann die leute melden und ich kann die leute angucken aber das sind teilweise konnten die sind im november 21 erstellt worden unterschiedlich und die von den namen her würde ich jetzt auch sagen können kann ich mir nicht vorstellen dass das bots sind wow danke blizzard was ist denn heute los schon wieder ballkottierung hier was ist denn hier los hallo also ich hätte jetzt gedacht dass da ganz viele dabei sind die jetzt gerade frisch erstellt wurden sind es aber nicht 31 januar okay vielleicht sind das mehrere bots gewesen 30 januar aber das ist doch eigentlich unmöglich man kann doch nicht innerhalb von einer ein bis zwei minuten moment wieso stehe ich jetzt hier wieder rollback okay also haben wir wahrscheinlich gerade allen dings connect haben die schildkrachen stehen bereit es ist es ist unbelieber gerade wow ich weiß nicht also ich muss da mal gucken ob ich rausfinde ähm wie ich rausfinden kann ob das bots sind ich dachte immer bots werden direkt erstellt und auch wieder gelöscht weil ich kann ja jetzt jeden einzelnen von denen melden aber es ist doch eigentlich unmöglich dass man sich innerhalb von zwei minuten 100 follower einhandelt oder? mal ganz ehrlich gerade in meiner größe also die pult jetzt nicht gut so konzentrieren wir uns wieder auf unsere aufgabe hier lassen wir uns jetzt nicht äh ablenken so da die wende vorbei ist werde ich die alertbox mal wieder aktivieren na toll da war es ich muss nur aufpassen ne wie gesagt die haben nichts mit dem pc zu tun sondern die kommen von twitch selber ähm sind aber nicht bei twitch also von twitch gewollt sag ich mal so es bringt halt auch nichts es bringt nichts wenn du 50.000 follower hast und drei zuschauer das bringt null das ist eben das was manche leute nicht einsehen können die sagen oh mein gott der hat so und so viele follower ach so du kannst dich wieder verbergen was möge die göttin euch beschützen aber das bringt einem nichts weil wenn man keine zuschauer hat dann dann ist das einfach so dann bringen die auch die follower nichts vielleicht hätte ja eben gerade mal zwei zuschauer wenn es hochkommt vielleicht drei vielleicht einer von denen muss das ja gewesen sein wie gesagt ich werde mich damit mal nach dem stream auseinandersetzen aber aber wow da habe ich jetzt meinen ersten bot bekommen mit ziemlicher sicherheit ich kann es jetzt noch nicht zu 100% sagen aber ich hätte es nie gedacht dass ich davon mal betroffen bin in meiner reichweite also ich habe ja eigentlich keine also irgendwie spinnt sie rum die chandri wir nehmen mal die quest an damit wir die haben bevor die jetzt gleich wieder verschwindet irgendwie spinnt die nämlich ein bisschen drin so hier haben wir einen rahmop der auch schon angegriffen wird da sagen wir natürlich auch nein ich gehe davon aus dass wir sowieso rahmops machen werden wenn wir nachher in der wiki aufgabe sind beziehungsweise es gibt ja sogar eine aufgabe die die wohl irgendwie alle drei tage resettet wird da ist natürlich extrem viel arbeit dran weil es kommt ganz drauf an was es ist aber die kann man ja theoretisch zweimal pro woche machen wenn ich mich jetzt nicht vertue aber müsste eigentlich so sein so kosmischer flux anima und ein bisschen ruf oder genau wird Ja, ich finde ehrlich gesagt es momentan, momentan ist auch nicht das richtige Wort, die ganze Stimmung in den Nachrichten, also ich gehe jetzt nicht heute auf die Nachrichten groß ein, aber ich muss schon sagen, dass mich das ganze Thema schon irgendwie bedrückt. Also, ich finde es krass, irgendwie, dass man, ne, anders, ich fang nochmal neu an, ich bin beeindruckt über momentan die Nachrichten, Sprecher, ich glaube, wenn ich es wäre, ich könnte nicht so neutral, natürlich, das ist deren Job, aber ich könnte nicht so neutral darüber reden. Ich weiß nicht, alles voll. Ich wusste auch gar nicht, dass man Bienen häuten kann, wobei das sind ja sogar Drohnen. Ganz viel Nichtleder. Ich glaube, das lohnt sich nicht, die zu holen. Hier scheint eine gute Ecke zu sein, um diese Bienchen zu farmen, also für die Quest natürlich. Ah, jetzt kommen auch schon die Ersten wieder. Dann machen wir die hier gleich mal fertig. So, wir können mal nebenbei die Quest von Chandrima lesen. Diese Orbelisten müssen der Schlüssel zu Vals Plan sein. Auch wenn wir ihren Zweck nicht genau kennen, sollten wir wohl lieber verhindern, dass sich die Schundgebundenen an ihnen zu schaffen machen. Ich werde hoch laut Bolvar unterrichten. Geht ihr zu Darion Morgrain? Er muss seine Verteidigung nach diesen Informationen aufbauen. Der Punkt ist, was mir jetzt auch auffällt, wir bekommen ja hier in der Questreihe, bekommen wir ja auch schon 2,26er Teile. Vielleicht ist es gar nicht mal so dumm, die Leute nur ein bisschen mit 2,26 auszustatten. Ach, schade, da oben komme ich nicht hin. Na, muss man geduldig sein. Und der restlichen Kram vielleicht hier in die Questreihe zu holen. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Equip man hier haben sollte, empfehlenswert. Sie hat jetzt 2,30, sie hat keine Probleme. Aber ich weiß halt, dass die anderen definitiv Schwierigkeiten haben. Weil die hat 184, 168 und 193. Also ich würde sagen, 200er GS sollte es schon sein, denke ich mal. Mindestens vielleicht sogar. So, den Respawn lässt man wieder auf sich warten. Wieso sind hier eigentlich... Bodenreihtiere sind hier nicht gestattet. Warum eigentlich? Das ist mir jetzt etwas aufgefallen, dass ich hier nicht aufsitzen kann. Das dauert mir eindeutig hier zu lange mit dem Respawn. Und das heißt, wir ziehen mal weiter. Vorne sind noch welche, dann holen wir uns die mal. Ja, 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 halt frisch. Wow, so viele Bienen und so wenig Honig. Garudon erwacht zum Leben, als Ernahrung in der Nähe wittert. Beschützer der Ersten machen sich bereit für das letzte Gefecht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ne? Garudeon ist hier. Beschützer der Ersten ist da drüben. Wie kommen wir da hoch? Ich hätte gern diese Bienen da drüben. Hm. Okay, wir brauchen da gar nicht hochkommen. Die kommen zu uns. Sehr gut. Hatte ich jetzt die Alerts wieder angemacht? Ja, okay. Tja, so schnell kommt man zu 173 Followern, ne? Ich komme da immer noch nicht drauf klar, wenn ich ehrlich sage. Das ist immer noch so... What? So. Wo redet der Erleuchteten? Warum sind wir im Kampf? Wo ist Chandri schon wieder? Hm. So, das machen wir mal weg. Das machen wir auch mal weg. Kommt Chandris wieder oder dürfen wir uns jetzt hier durchkämpfen? Aha, da ist sie. Also ganz backfrei ist das hier nicht, ne? Also irgendwie ist Chandri nicht so ganz sicher, ob sie jetzt hier sein will oder nicht. Wenn die uns jetzt gleich hier, während wir da drüben stehen, verlässt, ist das nicht so geil. Wehe, madame. Wehe. Wehe. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir hin müssen. Sehr gut. Jetzt dürfen wir auch wieder aufsitzen. Okay. So, was haben wir hier? Eine Provis-Truhe. Aber die können wir wieder nicht öffnen, oder? Das ist bestimmt die gleiche, die wir schon mal gesehen haben. Ja, das ist die. Genau. Da brauchen wir den Schlüssel, den wir nicht haben. Woher es den gibt. Noch ist nicht alles verloren. Noch halten unsere Verteidigungslinien dem Feind stand, aber ich fürchte, ohne eure Hilfe werden wir die Schlacht verlieren. Die vier Pakte haben ihre Kräfte mit denen der Automas vereint. Leider wurden einige unserer Soldaten verwundet oder versprengt und können nicht hierher zurückkehren. Es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr ihnen helfen könnt. Okay. Unsere Streitkräfte schlagen sich bisher recht gut, aber wir haben das Gebiet noch nicht gesichert. Wir können etwas Hilfe brauchen, um die feindlichen Reihen auszudünnen. Wir werden dies durchstehen. Bis zum bitteren Ende. Ist ja nicht deine erste Schlacht, nicht wahr, Darion? Man kennt sich schon. Wenn man Todesritter ist, noch viel mehr. Wir müssen uns nicht zum nächsten Mal innen. Noo. Wir latschen hier einfach Und hauen uns zwischendurch mal drauf Oh 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 Was machst denn du hier? Komm mal auf damit Ist das so klug? Ich weiß nicht Wahrscheinlich nicht Wir machen es trotzdem Oh Ow Gerade die Pesseln, die tun richtig weh Oh weia, jetzt haben wir Akku Ich glaub das ist keine gute Idee Wir füßen uns mal Ja, das rettet mir immer wieder den Hintern Leute Das rettet mir immer wieder den Hintern Ja, aber wie seid ihr uns überhaupt rangezogen? Wir hatten doch gar keine Akku von dem Und ich hoffe, dass er das jetzt nicht normal macht Ja 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 Jetzt haben wir ihn zumindest anders positioniert, ne? Oder was? Ob das denn gut ist, das stellt sich noch raus Aber alleine ist der Kollege keine gute Idee Ich bin jetzt für mich Und das passiert Ja Ich kann das nicht Ich bin jetzt für mich Ich bin jetzt für mich Dann Ich bin jetzt für mich und Ich bin jetzt für mich Ich muss auch mal rein. So. Hier von Fynn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut, dann haben wir das erledigt Mal sehen, wie es jetzt weitergeht Für uns gibt es keinen Frieden, keine Last Ja, aber was ist mit dem Flugweg? Die sind doch über uns geflogen, oder nicht? Sie beherrscht dieses Wesen Schwarz, 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 schwarz Sie sind nicht so anders Hä? Wieso hört er sich stellenweise so anders an? Dunkelheit, umfangenlich! Die haben gar nicht schon was an dem, ey Die haben gar nicht schon was an dem, ey So, wieso jetzt? Mein Gott, diese brauchen wir nicht jetzt so lange, um Akku zu holen Die haben gewandert Die haben gewandert Ich habe mir, glaube ich, alles. Das ist nicht verkehrt. Wir folgen einer einzigen Bestimmung. Vergeltung. Also haben wir den Obelisten noch retten können, okay. Aber das haben die doch schon mal gemacht mit der Tarnung, oder nicht? Das kommt mir doch bekannt vor. Ich würde ja gerne auch diese Quest fertig machen mit den Vorräten der Erleuchteten. Aber irgendwie habe ich da noch nichts. Naja, mal gucken. Oh, da hat sich einer schon die Pets geholt. Zweimal das Gleiche. Die sind eigentlich auch ganz schick, muss man sagen. Was auch kommt, wir sind stark. Wenn die Obelisten fallen, sind die Schlundgebundenen im Mausoleum. Was? Nein! Das Mausoleum ist der heiligste aller Orte. Das darf nicht sein. Haltet sie auf. Ja, haltet sie auf. Das ist wie mit, äh, steh mal morgens auf, ist kein Problem. Es gibt viel zu tun. Morgrains Bitte um Verstärkung ist ungewöhnlich. Wir wollten dieses Gebiet bereits verstärken und haben schon drei Einheiten zu ihm geschickt. Aber es klingt so, als wäre nicht einer angekommen. Sucht doch mal, na, sucht doch mal ihre Kommandanten und sorgt dafür, dass sie Morgraine erreichen. Wenn wir es mit Schreckenslords zu tun haben, dann könnten sie sich als mögliche, als alles mögliche tarnen. Auch als Einwohner von Seraph Mortis. Zum Glück haben wir genau das Richtige, um ihre Illusionen zu neutralisieren. Findet und tötet vier Schreckenslords. Ich fürchte dunklere Dagen. Ihr seid es bevor. Wie schön. Provis Fauna wird normalerweise von autonomen Konstrukten kontrolliert, aber wir haben gehört, dass sie nicht mehr funktionieren. Laut diesen Berichten seid ihr für die Änderungen an diesen Knotenpunkten verantwortlich. Das heißt auch, ihr müsst das wieder gerade biegen. Nehmt dieses Abstimmgerät, damit sollte es gehen und wenn sie repariert sind, macht euch nicht noch einmal an ihnen zu schaffen. Repariert fünf Verteidigungsknotenpunkte. Äh, wir haben doch eigentlich nur analysiert vorhin. Wir haben doch gestern nicht festgehabt für den Verteidigungslinien. Ich glaube, das war mit dem Typen hier, ne? Der nach Oribos zurückgekehrt ist. So, der kleine Kerl hier wollte Honig haben. Das geben wir mal ab. Schauen wir mal, ob es klappt. Sieht nicht so aus. Nur die kleinen scheinen ihn zu mögen. Krüme und ich werden uns etwas anderes ausdenken, um den großen hervorzulocken. Okay. Unsere Taschen sind schon wieder so voll. Unfassbar. Hallo. Hallo. Ja, Keule, warum stehst denn du hier rum? Muss das Gesindel so anspruchsvoll sein? Was wollt ihr denn nun schon wieder? Reicht es euch nicht, mich an einen Posten zu schicken, der unter unserer Würde ist? Eure sofortige Anwesenheit wird bei Provis Terra verlangt. Möge eure Anima reichhaltig sein. Ja, bei dem Tempo könnte das ja nur gut werden mit der Schlacht, ne? Ich würde ja behaupten, dass wahrscheinlich andere Leute sie dorthin geschickt hat. Wenn ich jetzt raten müsste. Oh, das ist ein interessantes Frage, gerade im Spielchat. Da fragt nämlich jemand, wie man hier fliegen kann. Äh, fliegen. Schwimmen! Ja, die Antwort ist gar nicht. Momentan. Also, ich würde auch sagen, hier geht momentan kein Schwimmen. Ist wahrscheinlich auch nicht vorgesehen. Alles nicht schwimmen. Ach so, ich würde mir один mein designed. Aber ich würde mich jetzt dafür auch freuen, ob es mir genau reichert. Ich würde mich überlegen, mir immer Downloadiert mit dem Graben oder ukata plans Klang nicht ausmelden! Warum eigentlich nur die Pfleger hier? Ja gut, das sind die Inhaber, genau. Die Bewohner von diesem Land, aber dieser komische Pfleger. Das ist ein Vogel da, könnte da auch einer sein, oder? Schlund gebundener Bulle? Schlund berührter, ach Gott. Und die jetzt auch schon verwerbt, ja? Schlund herrschen! Das war's für heute. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir auch solche Füchse... Also ich würde sagen, die sehen aus wie Füchse, ob ich mir auch noch solche hole. Ich finde die ja eigentlich ganz hübsch, würde ich sagen. Mal gucken. Ich überlege mal. Oh, elysische Thaden. Da gibt's auch Fücher. Also ich muss sagen, die Schwärme übersieht man hier aber relativ einfach. Irgendwie hat die auch kaum was gelernt irgendwie, ne? In den Schattenlanden. Warte mal. Zandala und den ganzen Schnellefax lende ich mal aus. Ah ne, alles klar. Das sind nämlich jetzt neue Rezepte, die man in Seraph Mortis kriegt. Für die Chiffrin. Knochenhaufenvorkommen in der Welt. Okay. Und das hier ist Hof der Ernte. Okay, das habe ich noch gar nicht gelernt. Das ist auch interessant. Aber die beiden sind definitiv neu. Das bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. So. Wir brauchen noch zwei von den... ...Lords? ... 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 Erkundung Shadowlands Da, Aufdecken der Geheimnisse Erkundet Seraph Mortis Legenden des Exils Verdächtige Sammlungen Abenteurer Seraph Mortis Ein Mittel zum Zweck und Pfad der Erleuchtung Erkunden Abenteurer Abenteurer In Seraph Mortis müssen wir nur haben Und nicht von Das ist ja auch mal verwirrend Also das brauchen wir für den Erfolg Das bedeutet, wir müssen die ganzen Ramops machen Ach du Heilige Chiffre der Ersten Vervollständigt alle unten aufgelisteten Chiffren Dünen Dominanz brauchen wir nicht Äh, was war noch? Pfad der Erleuchtung Wo auch immer das ist Ah ja, Pfad der Erleuchtung ist das Das ist jetzt wieder ein Quest Oh mein Gott Da sind die Kopfhörer wieder nicht an Ich hasse es Ich weiß nicht, was das mit den Kopfhörern ist Also ihr hört es noch, ich weiß Aber bei mir ist es gerade weg Was ein bisschen nervig ist Der Ardenwald ruft Die Jagd antwortet Okay, das habe ich jetzt gehört Egal Ihr habt gesagt, es sei wichtig Diesen Standort gegen die Schlundgebundenen zu verteidigen Ich habe hier bisher allerdings so gut wie keine Bedrohung gesehen Ja Das war nicht ich, Mann Das war jemand anders Wobei, können die sich in mich verwandeln? Und warum steht die hier so rum? Was ist mit dir hier? Langeweile oder was? Hoppzackt So Jetzt müssen wir noch ein paar Verteidigungsknotenpunkte reparieren Die ganz ehrlich gesagt noch gar nicht so einfach zu finden waren Da ist einer. Okay, da ist der Nächste. So, dann schaue ich mal, was Wechsel mir da geschickt hat, ob das vielleicht etwas streamrelevantes sein könnte. Ist es erst mal nicht. Hat also Zeit, bis nach dem Stream. So. Weil noch. Da ist, sehr gut, das sind die beiden sogar. Direkt nebeneinander. Oh, das ist so süß, dieses Geräusch. Oh, das Ding wird mich jetzt angreifen, habe ich recht? Was ist richtig? Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach lol, die zählen nicht, wenn die mich angriffen? Oh man. Ja, toll, danke. Super. Blizzard, ernsthaft jetzt? Wäre ich ja nie fertig hier. Ah. Äh, ja. Wunderbar. So, jetzt ist da wieder einer. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Wunderbar. Jey, fünf, fünf, fünf. Wupp, wupp. Endlich. Hier kämpfen weiter, naja. Was auch immer das heißt am Ende. Und was das Portal hier bringt, ist auch deren Geheimnis gewesen. Gibt es Neuigkeiten? Sucht ihr Antworten oder die Wahrheit? Gemeinsam trotzen wir der Finsternis. Irgendetwas stört mich an diesen ganzen Sachen. Nach einem Bericht würde ich auf Sabotage aus seinen eigenen Reihen tippen. Oder auf das Werk weiterer Lords. Die Lords, wenn Lords ihre Finger im Spiel haben, könnte der Obelist in Gefahr sein. Also los, wenn wir uns zu lange hier aufhalten, ist es vielleicht zu spät. Findet die Stundgebundene am Kreis der Gedanken. Wir tragen noch die Ketten der Vergangenheit. Man diese, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, aber dieses Zwischengequatsche, also man spricht einen NPC an und dann kommt von dem irgendein Satz. Und wenn man den Char loslässt, dann kommen sie ja teilweise auch mit irgendeinem Satz. Wäre manchmal echt ein Vorteil, wenn die das nicht machen würden, ne? Ob man das ausstellen könnte? Ich weiß gar nicht. System, Audio, Abstandsdämpfung, nö. Das wäre, glaube ich, mal eine Sache, die Blizzard vielleicht einfügen könnte. Dass man diese Sprüche von NPCs ausstellen kann. Weil teilweise sammeln die ja in ihren eigenen Text hinein. Das ist total bescheuert. Und das kann man auch gar nicht verhindern. Wenn man die Quest annimmt und danach fängt ein Dialog an, dann sammeln die sich teilweise selber ins Wort. Das ist irgendwie blöd. Ja, geil. Nee, eigentlich nicht. Du hast nämlich keine Pets, mein Lieber. Niemand bemerkt, wenn ich euch ersetzt hätte. Geil. Gegen mich selber kämpfen. Malganis! Ach, guck einer an. Und ich hab vorhin noch die Frage gestellt, kann es sein, dass ich gegen mich... Also, dass jemand sich für mich ausgibt. Oh, mein Lieber. Oh, mein Lieber. Ich hätte wissen müssen, dass ihr damit zu tun habt. Aber ich habe zu lange auf Soval's Champion gewartet. Lebt wohl. Pfeikling. Die wahre Schlacht liegt vor uns. Der Champion, von dem Malganis sprach, muss Anduin sein. Wir sind so schnell hergekommen, wie wir konnten. Anduin wurde nahe des Bauwerks in der Mitte des Landes gesehen, das alle Schmiede der Nachleben nennen. Der Kerkermeister wird zweifelsohne bald bei ihm sein. Wir müssen sofort aufbrechen. Malganis, wenn er die Wahrheit sagt, dann muss Anduin einen Angriff auf die Schmiede der Nachleben vorbereiten. Ich kann das Rastort hinbringen. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Ich werde niemals vergessen. Entschuldigt, wenn ihr diese Art des Reisens unbequem findet. Wenn wir Anduin schnell finden, könnten wir ihn noch vor dem Kerkermeister retten. Hoffentlich. Allerdings war uns der Kerkermeister sofort überlegen, nachdem er die Richterin ausgeschaltet hatte. Wenn Anduin allein ist, gibt es vielleicht eine Chance. Großzahn, was Jaina jetzt hier treibt. Ich hätte jetzt eigentlich mit dem Teleport gerechnet. Er ist nicht allein. Die Melodie stirbt. Ich habe eurer Stimme. Öffnet den Weg. Das ist die Richterin. Ja, das war wohl nichts. Die Schatten der Vergangenheit umgeben uns. Wir bekommen neue, theoretisch die dritten Paar Stiefel. Okay. Ich weiß nicht weiter. Wir können Zuval und Anduin nicht folgen. Ich öffne ein Portal zurück zur Zuflucht. Dort besprechen wir, wie es weitergeht. So, benutzen, aktiviert die Dimensionstranslatoren, um in den Außenbereich der Schattenlande große Entfernungen zu überwinden. Diese Fähigkeit wird mächtiger, je mehr ihr die Schiffren der Ersten erforscht. Und anlegen, verringert den Fallschaden in den Schattenlanden in erheblichem Maße. Das ist echt spielreich. Was haben sie mit der Schmiede gemacht? Wir müssten ihnen folgen. Jaina, geht es euch gut? Anduins Klingel. Ich spüre Vertrautheit. Etwas ist in ihr. Keine Zeit zum Nachdenken. Wir müssen Volva von all dem berichten. Hör auf, das ist der Sehensplitter von Varian. Obwohl, eigentlich erst durch Gul'dans Hand gestorben. Dürfte er eigentlich nicht sein. Glaube ich. Habe ich mal gehört. Wir alle müssen unsere Pflicht tun. Wir finden einen Weg, ihnen in das Mausoleum zu folgen. Ich würde sagen, solltet ihr euch auf unsere dringenderen Probleme konzentrieren. Der Kerkermeister mag den Weg versiegelt haben. Doch dieses Land ist voller Wunder. Es muss einen anderen Weg in das Mausoleum geben. Wir ruhen nicht, bis wir ihn finden. Oh, die Ältesten sagen da gar nichts zu. Und ich sehe gerade, dass die anderen ausgegraut sind. Das heißt, wir können heute scheinbar nur zwei Kapitel machen. Bedeutet, ich habe das falsch gesehen oder falsche Info bekommen. Mal sehen, was Pellagos zu sagen hat. In Bezug auf den Kerkermeister haben wir alles getan, was wir konnten. Es gibt noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Zum Beispiel die Verschlingerrisse, die sich vor kurzem im Osten geöffnet haben. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden die Bastien hier alles zerstören. Okay. Pellagos, braucht ihr ganz bestimmt nicht meine Hilfe? Keine Sorge. Mir geht es gut. Außerdem ist der Schlundgänger bei mir. Stimmt. Dann wache ich über die Zuflucht, während ihr fort seid. Viel Glück. Okay, Verständnis entwickeln. Also das ist doch weiter Quests. Okay. Alles klar. Also doch drei. Alles zurück auf Anfang. Ich vermute bald, dass wir damit vielleicht gewisse Punkte hier erreichen können, ohne fliegen zu können. So, und wie untersuchen wir das jetzt? Bei der Eichon. Die Verschlinge haben alles überrannt. Hört ihr das? Da sitzt wohl jemand in der Falle. Wir müssen helfen. Also ich glaube ja, das war die Richterin, die jetzt Mausoleum da geöffnet hat, ne? Also natürlich die Richterin im Böse. Auch klar. Aber wo kommen die jetzt, wo kommen jetzt die ganzen Verschlingerrisse her? Haben die auch mit dem Schlundgebundene zu tun? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube ja, das war's. was war das exa wenn du noch zuhörst alles gut bei dir die stimme ist ganz nah ich glaube hinter dieser beschädigten tür wir müssen dadurch es tut gut euch zu sehen so viel zerstörung die verschlinger sind unersättlich und ich hoffe die kreaturen die wir gehört haben ist nicht schwer verletzt diese tür lässt sich nicht auf normale weise öffnen vielleicht können wir uns gemeinsam einen weg hinein erzwingen was auch immer auf der anderen seite ist braucht unsere hilfe wenn wir unsere kräfte bündeln schaffen wir das brauche dort drüben sie hat wohl um hilfe gerufen ist es nicht die ist das nicht die nur in hell also hat der sich einen von diesen oraken geschnappt und damit hat er das mausoleum geöffnet so viele fragen beschützt sie darauf bin ich jetzt noch gar nicht gekommen auf die idee head down das ist keine übung head down wenn ihr mal aufhören alle auf mich drauf zu gehen das geht hier nicht tschüss ich habe Bock draus so das hackt ich muss ja irgendwas machen was die paar schlinger wahnsinnig macht geil alien isolation wieder mal das hat mir ein vieh enttarnung und wer jetzt bei alien isolation gelandet ich krieg die flashbacks das sind ja verrückte viecher ich würde sie mir ja gerne länger angucken aber wenn das so lange dauert dann ist mein pet tot ich glaube das waren alle wieder herstellen wieder herstellen oh weia teilt eure weisheit mit mir wir sind zu spät aber wir dürfen die hoffnung nicht aufgeben sie ist gestürzt aber sie scheint noch am leben zu sein es muss etwas geben das wir tun können um ihr zu helfen lasst uns sehen ob die erleuchteten effets wissen wir werden einen weg finden um sie zu transportieren und trefft euch dann in der zuflucht ok vielleicht wissen die erleuchteten rat kommt in die zuflucht ist das spannend ich muss meine taschen aufräumen ich muss meine taschen aufräumen sie hat um hilfe gebeten die richte kürianer ihr versteht nicht womit ihr es zu tun hat aber sie hat um hilfe gebeten Unsinn. Ein Orakel würde euch niemals seine Worte schenken. Ich lüge nicht. Sagt es ihnen, Schlundgänger. Setzt euch und haltet stille Zwiesprache. Ihr habt diesem Land einen großen Dienst erwiesen, indem ihr es gegen die Schlundgebundenen verteidigt habt. Aber es ist nicht an euch, euch mit den Dienern der Ersten einzulassen. Verlasst diesen Pfad. Ganz gleich, was ihr vernommen habt, es bleibt alles beim Alten. Die Schöpfung der Ersten sind nicht zu begreifen. Diejenigen unter uns, die nach solchem Wissen streben, sind heute verbannt. Und wir werden euch bei diesen törichten Unterfangenen nicht helfen. Oh je, das ist falsch, glaube ich. Braucht ihr einen Trainingspartner? Das war nicht hilfreich. Wenn die Ältesten uns nicht helfen wollen, müssen wir jemanden anders finden. Diese anderen erleuchteten Firim hatte mehr Interesse an den Automos. Er hat gesagt, er hätte sich von seiner Familie entfremdet. Irgendjemand in der Zuflucht muss etwas über ihn wissen. Sucht im Lager nach Hinweisen auf Firims Aufenthaltsort. Ich versuche noch einmal, die Ältesten zum Reden zu bringen. Nun, wenn ihr uns nicht helfen wollt, was ist mit Firim? Könnt ihr uns sagen, wo er ist? Sprecht nicht von dem Verbanden! Ja, so kennt man sie, ne? Manchmal sind ältere Leute nicht ganz kooperativ. Was neue Dinge angeht. So, schauen wir mal. Gegenstandsliste, drei Anpassungen des Wombardsattels für Waren, sieben Werkzeuge für Bantys Lager, 15 neue Stäbe für die Wachen, verschiedenes an Geschirr und Sitzgelegenheiten für Arnabs Karawane. All diese neuen Reisenden scheinen sie wohl für eine Art Gasthaus zu halten. Was ja eigentlich nicht schlimm wäre, wenn sie nicht immer so ein Chaos unterließen. Okay, das bringt uns gar nichts. Hey, Finger weg! Nach gründlicher Untersuchung der Raptoras in dem Gebiet, komme ich zu der Überzeugung, dass sie ohne gründliche Abrichtung nicht geeignet sind, Reisende durch Seraph Mortis zu tragen. Daher müssen diese seltsamen, überall herumliegenden Geräte ausreichen. Es ist ein Jammer, dass sich der Verbannte an dem Gerät im Westen niedergelassen hat. Der älteste Kred ist vielleicht nicht erfreut darüber, dass wir sie benutzen, aber ich habe ihn überzeugt, dass dies immer noch besser ist, als den heiligen Boden zu zertrampeln und auf jedem unserer Wege die Tiere und Automas zu stören. Na, das ist doch mal ein Hinweis, würde ich sagen. Brauchen wir doch eigentlich gar keine mehr, oder? Liebster Faru, wie auch schon in meinem letzten Schreiben, bleibe ich bei einem Kritikpunkten an eurem Forschung zur Ebene der Verwirklichung. Ich bin zwar sicher, dass ich, dass ihr dem Automa nicht absichtlich einen Fehler unterstellen wolltet, eure Methodik und eure Ausdrucksformen lassen jedoch zu viel Spielraum für Fehlinterpretation. Eure zusätzlichen Notizen zu den Aktivitäten am Mausoleum sind zwar faszinierend, lenken aber zu sehr vom Kern eure Aussage ab. Beachtet bitte in diesem Sinne, dass das Mausoleum tabu ist. Erlaubt mir an dieser Stelle, euch noch einmal an unsere Unterhaltung zur Einmischung in die Absichten und Schöpfungen der Ersten zu erinnern. Wir beobachten, wir studieren, wir fassen nichts an. Ich muss euch zur Vorsicht ermahnen, damit ihr nicht dem Pfad der Verwandten folgt. Bucht achtungsvoll, älteste Ära. Liebster Faru. Ist das der, mit dem wir jetzt reden wollen? Ich bin gerade weg. Ne, Firim hieß da. Liebster Faru, das ist also ein anderer. Wer ist Faru? Das Rezept ist streng geheim. Rezept für Womba-Waffeln. Drei hexagonale Blätter, ein Maß, Urstärke, zwei Spritzer Wasser aus dem Dimensionsfällen, eine Handvoll der Lieblingsbären eures Wombats. Zermalt die Beeren und Blätter und vermengt sie mit der Stärke zu einem Teig. Knetet den Teig und spritzt das Wasser aus den Dimensionsfällen darüber, damit der Teig schön aufgeht. Rollt den Teig zu Bällchen und formt daraus appetitliche Waffeln. Röstet die Waffeln mit einem Feuerzauber eurer Wahl. Serviert die Waffeln euren Wombats und er wird euch ewig dankbar sein. Das sind Informationen, die uns absolut nicht weitererhören. Geil, ich habe jetzt ein Kochrezept, aber was bringt mir das, wenn die Welt nicht mehr da ist? Wir müssen es auszuprobieren. Und wo sollen hier jetzt noch Informationen sein? Ah ja, da drinnen. Hier liegt ein weggeworfener Brief. Ihr geehrte Älteste, ich bitte euch, das Schicksal von Firim erneut zu überdenken. Ich stimme zu, dass seine Neugierde ihm zum Verhängnis geworden ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob seine Verbannung ins Exil wirklich gerechtfertigt ist. Da das Tor nach Seraph Mortis nun offen steht, fürchte ich, welche Bedrohungen für uns von dort ausgehen. Trotz seiner Tollkühnheit könnte uns Firim mit all seinem Wissen helfen. Ich habe gehört, dass er zuletzt westlich der Schmiede gesehen wurde. Dort werde ich nach ihm suchen. In eurem Willen, Seraph. Also wir sind nicht alleine mit der Stimmung. Ihr habt etwas gefunden? Was für ein Glück. Darf ich den Brief mal sehen? Aha, ein erleuchteter Namens Seraph hat gehört, dass Firim zuletzt westlich der Schmiede der Nachleben gesehen wurde und sich darauf aufgemacht, um dort nach ihm zu suchen. Unsere Suche wird dort beginnen. Ich helfe gern. Keine Sorge. Ich beschütze das Orakel, während ihr sucht. Danke, Claire. So, ich werde mal kurz die Taschen aufräumen. Wie geht's denn so, Mann? Ein bisschen zumindest. Bleibt sauber. Oh, du fängst mir dich definitiv auch noch anmachen heute. Jetzt war doch einer von diesem Kartell. Armer Teufel. Was hat er da? Eine Karte zu Firims Versteck? Hoffentlich hat der Assassine die nicht gesehen. Oh, du fängst mir nirschbar. Oh. Was ist das? Da bin ich mir ganz sicher. Würde das verbanden. Die Gemeinde vom Vestibül. Hallo. Wir brauchen eure Hilfe. Meine Hilfe? Ihr habt die Assassinen hergeführt. Ich hätte Selbsthilfe nötig. Sereth Mortis ist ein Ort endloser Wunder. Diese Assassinen sind hinter mehr als nur meinem Leben her. Sie wollen meine Forschung. Ich muss nachdenken. Seit ihr den Weg von Oribos geöffnet habt, haben einige Kartelle die Gelegenheit genutzt, um mich und meine Arbeit auf ziemlich tödliche Weise zu verfolgen. Sie wissen, wie wichtig meine Forschung für alles ist. Es werden sicher noch mehr Assassinen kommen, da ihr ja schließlich einen Weg direkt zu mir aufgezeigt habt. Ich kann mich nicht selbst um sie alle kümmern. Ihr müsst das in Ordnung bringen und mir helfen, meine Geheimnisse zu schützen. Tötet Assassinen in der Nähe der Höhle. Okay. In Anbetracht der Tatsache, dass ihr in mein Haus eingedrungen seid, scheint es, dass die versteckten Pfeilen, die ich um die Höhle herum aufgestellt habe, nicht so effektiv sind, wie ich es mir wünschen würde. Sie sind aber dennoch nützlich genug, um die meisten unerwünschten Aufmerksamkeit zu zügeln. Da ihr freundlicherweise Assassinen hergelost habt, kann ich die Pfeilen nicht selbst wieder aktivieren. Also müsst ihr das für mich tun. Ich bleibe hier und bewache meine wertvolle Forschung. Verwendet diesen sensorischen Synchronisierer, den ich in der Nähe platziert habe, um herauszufinden, welche Pfeilen erneut aktiviert werden müssen. Entschuldigt bitte all die Umstände, aber wir haben ein Orakel gefunden. Ha! Ausgerechnet ihr! Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Es stimmt. Schlundgänger, bitte helft ihnen, während ich das Orakel herbringe. So, hier drin scheint jetzt nichts mehr zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Übrigens interessanter Aspekt. Ich weiß nicht warum, aber hier verwandle ich mich als Seelengestalt in die Katze. Im Sanktum aber verwandle ich mich in das, was ich auch ausgewählt habe, und zwar in die kleine Mieze Katze. Das ist irgendwie witzig. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Was diese Sphäre macht, weiß ich auch nicht. Muss die irgendwo hin? Bestimmt, oder? Hm, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Läuft's. Was hält Alfirim zurück? Seine Geheimnisse gehören uns. Er hat die Informationen, die wir suchen. Sie werden die Ersten sein. So, was ist das hier? Damit können wir scheinbar noch nichts machen. Okay. Okay. Leute, euch will ich doch gar nicht töten. Leute, euch will ich doch gar nicht töten. Aber die sitzen auch immer genau da, wo die Fallen sind, ne? Faszinierend. Er hat die Informationen, die wir suchen. Sie werden die Ersten sein. So, jetzt brauchen wir noch einen Assassinen. Und zwei Fallen. Da ist der eine Assassine. Was hält Alfirim zurück? Ja, das habe ich mir gedacht. Es war klar, dass wir den Gräser jetzt mitholen. Seine Geheimnisse gehören uns. Was? Das ist der eine Versteuerung. Was? Ach, lol. Das war gar nicht der Agent, den wir brauchten. Auch gut. Das ist der Agent, den wir brauchen. wer ist all 4 wird gefunden der heißt all 4 und wir nennen ihn nur 4 natürlich ja klar bei den ersten ein orakel aber was ist mit ihr passiert sie wurde angegriffen leider konnten wir sie nicht mehr retten das heißt sie ist tot ich denke sie waren verletzt es gibt immer neues zu lernen ihr habt mir doch tatsächlich ein orakel gebracht und dazu noch ein intaktes okay also ist doch noch im leben ich habe noch nie erlebt dass diese göttlichen wesen zu jemand anderem außer den autos sprechen es gibt so viel was wir ihnen was wir von ihr über seraph mortis erfahren können ihr müsst mir alles erzählen die geheimnisse von seraph mortis sind wundersam werden sie diesen zustand hat sie einen kern erwähnt wisst ihr was das bedeutet faszinierend ob das wartet ihr der kern von vorhin wir sind faszinierend aber Guck ihn an. Faszinierend. Was für ein seltsames Automann. Oh, das ist süß. Oh, was ist das? Wohin guckt es da? Diese Konsole, die hat nie funktioniert. Wohin denn jetzt? Und weg ist es. Vielleicht auf der Suche nach anderen Konsolen? Kommt, folgen wir ihm! Die Mysterien dieses Landes sind unendlich. Bisher hatte ich keine Ahnung, welche Funktionen sie erfüllen, aber vielleicht wird uns dieses Wesen ja genau das zeigen. Zum Glück weiß ich, wo es noch weitere gibt. Ich markiere die Positionen auf eurer Karte und begleite euch natürlich für die Forschung. Dann wollen wir mal herausfinden, welchen Zweck dieses Wesens gibt. Ich bleibe hier und passe auf, falls das Orakel erwartet. Seid vorsichtig. Oh ja. Spannend. Das ist auf jeden Fall die Konsole, womit wir die Sprache lernen. Da bin ich mir schon fast sicher. Zumindest glaube ich das. Ich habe mir jetzt nicht im Detail die Konsole angeschaut. Das machen wir natürlich noch. Da ist ja auch schon die zweite Konsole. Das war also eine so eine Konsole. Interessant. Es scheint irgendwie die Chiffren zu interpretieren. Seht, einige der Wörter sind klar verständlich. Brillant. Wir entdecken völlig neue Geheimnisse. Also ich glaube, Firim kriegt gerade einen Antpeil im positiven Sinne. Zähmen, alles. Coole Sache. So, da müssen wir jetzt hin. Ach je, eine ganze Menge, eine ganze Ecke hoch. Okay. Zähmen, die sind nicht alle wiederge kaikki. Okay. Tiefst du schon mal. Das ist ein kleines Finish. Noch mehr altes Wissen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Ganz sicher. Noch können wir natürlich mit diesen Fortpätzen nichts anfangen. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht noch kommen kann. So, jetzt müsste er doch abhauen, oder? Ja. Ich habe kein Verlangen, mich mit Kleingeistern abzugeben. Wir treffen uns vor der Zuflucht. Ja, genau. Mach du mal deinen Umweg. Ich laufe ja durch die Zuflucht und nehme die Abkürzung. Jetzt habe ich mir nämlich schon gedacht, dass er nicht durch die Zuflucht reisen kann. Das muss Blizzard ja beachten, ne? Dass Firim nicht einfach durch die Zuflucht marschieren kann. So. Dimensionsfälle. Wie gehypt der ist, ey. Ist das cool. So, was haben wir hier? Können wir hier vielleicht was machen? Dieses seltsame Werkzeug tendiert dazu zu verschwinden. Plündert das Reparaturwerkzeug aus der Kuhle der großen Kugel im Norden, gibt dies Haifu im Austausch für den Jirohammer, der die heruntergefallenen Felsen zerbrechen kann. Okay, wo ist denn Haifu? 15 Minuten. Haifu ist doch bestimmt in der Zuflucht, oder? Da müssen wir jetzt nochmal schnell zur Zuflucht zurück, weil das Werkzeug hier, das verschwindet ja in 15 Minuten. Das ist zwar ein bisschen nervig, dass ich jetzt wieder zurück klatschen muss, aber was würdest du machen? Hoffentlich ist der auch in der Zuflucht. Das ist jetzt reine Mutmaßung von mir. Wenn der natürlich da nicht ist, dann ist es noch ärgerlicher, aber wo soll der sonst sein? Was für eine Felsen? Ich habe kein Verlangen, mich mit Kleingeistern abzugeben. So, Haifu bist du. Wir treffen uns vor der Zuflucht. Das ist er nicht. Jetzt tut mir gefallen und sei hier. Sieht schlecht aus. Mist, der ist hier gar nicht. Ich weiß nicht. Kio-Vieh. Okay. Gucken wir mal. Wo befindet sich der? Ah, der befindet sich direkt dort auf der Ecke. Schöner Mist. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Hier soll man auch. Na gut, das sollten wir noch schaffen. Wir müssen also nochmal in dieselbe Richtung. Vielleicht hätte ich gleich googeln sollen. Aber das ist natürlich die erste Stelle, wo man als Spieler eigentlich hingeht. Wie es aussieht, haben sich zwei Bots schon wieder verabschiedet in der Liste. Wohin waren es? 173. Jetzt sind es noch 171. Wäre ja super, wenn sich die von alleine löschen. Das ist dann wesentlich weniger Arbeit für mich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe kein Interesse daran, die morgen alle rauszulöschen. Aber ich will das auch. Deswegen werde ich mich da hinsetzen müssen. Ich hoffe, da gibt es vielleicht eine schnelle Möglichkeit, die letzten Follower einfach rauszukicken. Weil wenn ich die alle einzeln durchgucken muss, dann wird es echt übel. So, Hirokon ist hier unten. Ich will mal schauen. Der hier. Da ist er. Den will ich natürlich mitnehmen. Das scheint ein interessanter Rahmen ab zu sein. Das scheint ein interessanter Rahmen ab zu sein. 10 Minuten haben wir noch. Das schaffen wir locker. Ja super, das steht sogar. Also das wird hier sogar markiert mit so einem blauen Punkt. Also ich hätte einfach mal ein bisschen naher hinschauen müssen. Dann wäre mir das auch vielleicht aufgefallen. Naja. Schauen wir mal, ob wir den kleinen Kerl finden. Der sieht aus wie so ein kleiner Jinjo. Da ist er. Da ist er, der kleine Kerl. Der kleine Vorarbeiter, würde ich sagen. Überreicht das verlorene Werkzeug. Und wir haben jetzt den Girohammer. Sieht aus, als könnte er Steine zertrümmern. Mal sehen, was wir damit anstellen können. So, auf Anhieb sehe ich jetzt nichts. Aber irgendwas wird er bestimmt machen können. Okay. So, wir müssen jetzt hier mal einen Weg nach unten finden. Das war der Grund, warum ich überhaupt weitergelaufen bin. Weil das geht hier ganz schön tief runter. Muss es doch irgendwie einen Weg nach unten geben. Ja, ich weiß, wir können auch einfach runterspringen. Aber im WoW gibt es Fallschaden, meine Lieben. Aber wir könnten ja... Wir haben ja hier so eine Stiefel. Verringert den Fallschaden im Außenbereich der Schattenlande um ein erhebliches Maß. Also immer, wenn wir was brauchen, legen wir einfach die passenden Stiefel dafür an. Hier laufen wir jetzt mal nicht durch. Das sind mir gerade zu viele Mobs. Da müssen wir eine andere Ecke finden. Ah, hier. Hier sieht es gut aus. Das sieht gut aus. So, wollen wir mal schauen. 100% logischerweise jetzt. Und... So hoch war das doch gar nicht. What? Moment. Habe ich mich verlesen? Nein. Verringert den Fallschaden. In Außenbereichen der Schattenlande. Moment. Außenbereich der Schattenlande. Ist damit nicht die Seraph Morte gemeint? Wahrscheinlich nicht, wahr? Alter. Das hat jetzt aber fast unser Leben gekostet. Ja, toll. Und da wäre ein Weg gewesen. Ich hab's drauf. Ja, aber Seraph Morte gehört doch auch zu den Schattenlanden, oder nicht? Hm. Also ich weiß noch nicht genau, was man mit dem Hammer anstellen kann. Aber ich denke mal, das finden wir noch raus. Oh, war ja. Unser kleiner Freund ist in Gefahr. Helft ihm! Der letzte Teil des Rätsels. Mal sehen, was es jetzt macht. Sie explodieren wahrscheinlich. Sie explodieren immer am Ende. Vor Freude. Erstaunlich. Erstaunlich. Die Brillanz. Die Muster. Ihr seht das auch, oder? Kommt. Zurück in mein Versteck. Dort ist noch mehr. Okay. Das ist noch ein Rätsel, was wir nicht lösen können. Untersucht defekten Automa, um die Folge von vier Tönen zu hören. Jedes defekte Konsole in dem Raum spielt einen einzigen Ton. Interagiert mit ihnen in der richtigen Reihenfolge, um den Schatz freizuschalten. Ah. Okay, da müssen wir jetzt mal... Die Musik ganz leise machen, den Sound ganz laut. Oh Gott. Das war falsch. Aber gut, dass wir es gleich erfahren. Das ist die letzte. Wo sind die dazwischen? Ach, da oben. Okay. Also erst die hier. Und die hier. Easy. Und damit haben wir auch die ersten Vorräte endlich bekommen. Cool. Gut, dann machen wir Musik wieder an. Ich glaube, diese Vorräte, das ist echt... Das ist gar nicht so einfach, die zusammenzukriegen, glaube ich. Weil man kriegt sie nicht durch Ramops oder so, sondern wirklich durch diese Kisten und sowas. Was haben wir hier? Kann an mehreren Orten erreicht werden, okay. Ja, das sehe ich ein. Das ist eher schwierig, da hinzukommen. Die Vorräte machen wir wieder aus, sonst blicken wir auf der Karte gar nicht mehr durch. Aber wir müssen zurück zu... Wir müssen zurück zu... Pirin. Ja, von der Theorie her würde ich gerne das Fenster öffnen, praktisch. Aber... Habe ich das Problem, kein Fliegengitter dran zu haben. Und ich habe heute... Nee, gestern. Gestern habe ich tatsächlich Mücken gesehen. Und zwar auf dem Heimweg, als ich ins Auto gestiegen bin. Heute war ich ja nicht im Auto. Also werde ich einen Teufel tun und die Fenster aufmachen. Wenn im Februar noch Mücken unterwegs sind, oder schon Mücken unterwegs sind, dann ist das kein gutes Zeichen. Alfirim wird gefunden. Nein, der wird nicht gefunden. Der bleibt in unserem Versteck. Den sperren wir in unserem Zimmer ein. Okay, also das Kapitel wird sich auf jeden Fall nur darum drehen, dass wir die Chiffrin der Ersten endlich verstehen. Oder anfangen zu verstehen. Ihr stört meine Forschung. Forschen kann man nie genug. Uh, 233er. Jetzt wird es interessant. Wir bekommen endlich Ausrüstung, die besser ist als unsere. Ein Kopf in verschiedenen Variationen. Okay. Der Weg liegt noch nicht klar vor uns, aber die ersten Schritte sind bereits getan. Es scheint, dass das göttliche Konstrukt mehr gefallen an euch, als an mir gefunden hat. Jetzt, da es euch erste Einblicke gewährt hat, solltet ihr herausfinden, was es euch noch zeigen möchte. Die Ergebnisse dürften sehr aufschlussreich sein. So, ich werde mal ganz kurz die Tür zum Schlafzimmer aufmachen, weil dort ist das Fenster offen. Das heißt, darüber kriege ich ein bisschen frische Luft, bevor der gute Wechsel ins Bett geht. Heizung ist erstmal wieder runtergedreht, dass die jetzt nicht versucht gegen zu powern. Der kleine Kerl gefällt mir jetzt schon. Aktiviert. Und gewährt Zugriff auf Wissenskonkordanzen in ganz Seraph Mordus. Ja, was auch immer da steht. Okay, wir haben also einen Namen für den kleinen Kerl. Pocopock. Beschwörung von Pocopock freigeschaltet. Ihr könnt diese Fähigkeit auf eure Aktionsleiste ziehen. Ja, supi. Ich habe ja noch... Wie konnte ich das vergessen? Ich habe ja so viel Platz auf meiner Aktionsleiste. Das glaubt ihr gar nicht. Scheiße, wo soll ich das jetzt noch hinziehen? Das brauchen wir bestimmt öfters. Ich glaube, ich muss mir wirklich bald ein Add-on installieren für Aktionsleisten. Weil, klar, wir können das hier hinziehen und das machen wir jetzt auch so. Aber auch hier habe ich bald keinen Platz mehr. Aber das liegt einzig und allein daran, weil ich bestimmt die Hälfte der Leisten nur mit drei Tieren gefüllt habe. Und ich merke übelst, wie die kalte Luft ins Zimmer kommt. Und ich merke echt, also... Ich habe jetzt ja vorhin schon wieder ganz kurz gegähnt. Man mag es kaum glauben, aber ja, ist möglich. Auch bei dem Schlafpensum, was ich heute hatte. Das heißt, es ist keine Müdigkeit. Ich bin nämlich kein Stück müde. Sondern Sauerstoffmangel. Eindeutig Sauerstoffmangel. Aber das ist jetzt auch kein sonderliches Wunder, weil ich bin ja hier ein bisschen am Quatschen. Und der Raum ist zu. Und ist kein Fenster offen, also ergibt das Sinn. Nicht wahr? So. Die Schiffrin der Ersten. Das dürfte jetzt interessant werden. Ich finde den geil, den kleinen Kerl. R2-D2 nur als Kugelmann. Spürt ihr nicht das neue Wissen, das euch durchströmt? Dass wohlmöglich ausgerechnet ihr die Geheimnisse von Seraph Mortis offenbaren werdet? Ich werde euch sehr genau beobachten. Schalte Zugang zu Weltquests und täglichen Quests sind Seraph Mortis frei. Und 120 Schiffe von der Ersten kriegen wir auch. Die hier unterscheiden sich wahrscheinlich wieder in der Fähigkeit beim Anlegen. Verbessert Popox Wahrnehmungsfähigkeit, sodass er zusätzlich versteckte Truhen finden kann. Gewährt Popox die Fähigkeit, Kreaturen zu kontrollieren, ohne Energie zu verbrauchen. Oder resoniert mit Popox und erhöht die Werte und die Effektivität seiner Gestalten und Fähigkeiten. So, jetzt die spannende Frage. Kriegen wir die Möglichkeit, diesen Kopf auch noch woanders zu bekommen? Beispielsweise durch den Kauf von diesen Animateilen? Oder bin ich gezwungen, mich jetzt für eins dieser drei Sachen zu entscheiden? Also ich würde jetzt spontan die Truhe wählen. Aber Fähigkeiten, Kreaturen zu kontrollieren, brauche ich nicht unbedingt. Ich bin Jäger. Resoniert mit Popox und erhöht die Werte und die Effektivität seiner Gestalten und Fähigkeiten. Ne, wir nehmen das mit den Truhen. Ich habe den falsch ausgesprochen. So, das hier ist eine Daily. Es könnte sein, dass das die Daily ist, die nach allen drei Tagen wieder verfügbar ist. Sammelt Katamelonsamen und vernichtet Überwuchungen in den Katalysatorgärten. Wir wissen nie, wann aus der Verbindung von Schöpfung und Energie etwas vollkommenes Neues entsteht. In den Gärten reift gerade eine Ernte völlig neuer Früchte. Ihre Samen könnten ganz besondere Eigenschaften aufweisen und wir würden sie gern verstehen. Sammelt bitte, was ihr finden könnt und sorgt dafür, dass die Gärten in Zukunft etwas sicherer sind. Okay. Ihr habt bereits einige wundersame Entdeckungen gemacht, Schlundgänger, doch es warten noch weitere Geheimnisse auf euch. Den ersten Schritt habt ihr getan und die Konsole freigeschaltet. Ich glaube, ihr seid bereit für den nächsten. Untersucht die Konsole und findet heraus, welchen Teil der Muster sich euch offenbaren. Okay, das ist wieder was Neues. Ich stehe seit einiger Zeit in Kontakt mit Rafik, einem meiner Kollegen. Allein dank unserer gemeinsamen Bemühungen war er in der Lage, nützliche Gegenstände zu beschaffen. Überbringt Rafik meinen neuesten Forschungsnotizen und versucht euch gut mit ihm zu stellen. Im Laufe der Zeit sollte er euch mit besserer Ausrüstung versorgen können. Sammelt Firims Forschungsnotizen und überbringt sie Rafik. Ist das nicht der Typ in der Unterkunft, hier in Dings, in der Zuflucht? Äh, die nötige Ausrüstung, weitere Nachforschung. Ne, der ist hier drüben. Gefährlicher Arbeitsplatz. Okay. Kernsysteme aktiviert Pocopock und gewährt Zugriff auf Wissenskongodansen in ganz Terraf Mortus. Pocopock erzeugt alle sechs Minuten eine Energie bis maximal zehn. Wie viel hat denn der jetzt? Eins von sechs. Ach ne, das ist die Stufe. Gebt noch 735 Chiffren der ersten aus, um die Effektivität eurer Ausrüstung zu erhöhen. Ich bin komplett überfordert gerade. Es ist mega viel gerade. Äh. Aber erstmal alles durchlesen. Wenn ihr eine Wissenskongodans vollständig versteht, erhaltet ihr bei Aktivierung alle Spielercharaktere innerhalb von 50 Metern in zehn Minuten einen positiven Kampfeffekt. Äh. Gewährt euch Zugriff auf eine Verstärkens. Äh. Könnt ihr einen vorübergehenden Bonus auswählen, der euch in den Außenbereichen der Schattenlande und in Oribroch stärkt. Benötigt einen Punkt im Verständnis. Also machen wir jetzt hier erstmal alle vier auf. Das kostet mich 45. Das kostet mich 200. Okay, die können wir eh noch nicht machen. Aber soll ich jetzt erstmal die beiden hier aktivieren und dann runterarbeiten? Oder soll ich mich erstmal auf eins stürzen? Öh. Gut, das kostet mich schon 160. Das bringt mir also nichts, wenn ich den aktiviere, weil den kann ich dann nicht aktivieren. Das heißt, ich würde sagen, Blizzard sieht schon vor, dass wir hier erstmal durcharbeiten. Okay. Ich glaube, das war auch das, was wir machen sollen. Hoffentlich. Was sucht ihr? Neues Wissen. Die Ersten haben wahrlich erstaunliche Erkenntnisse hinterlassen. Ich muss nachdenken. Muss ich nochmal lesen. Ich habe das, glaube ich, gar nicht durchgemessen, was ich jetzt erforsche. Gottes Willen. Ermöglicht es euch, Schätze, der Schöpfung zu entschlüsseln, zu versuchen, Prokopok kann außerdem dazu oft gefordert werden, diese aufzuspüren und auf der Minikarte zu markieren, falls welche in der Nähe sind. Durch die erfolgreiche Entschlüsselung von Schätzen der Schöpfung erhaltet ihr Chiffrin der Ersten. Ja, das klingt doch erstmal gut. Klingt nicht falsch. Glaube ich. Kann man jetzt irgendwie sehen, wie weit der Forschungsfortschritt ist? Hier, ne, ne? Das hat Blizzard wieder mal nicht eingebaut. Äh, eine Stunde. Okay, das sollte ich mir merken können. Aber das ist doof. Ich würde das gerne wissen, so, wenn ich hier gucke. Überwuchernde Brotofrucht. Die müsste man ja auch eigentlich mal finden, ne? Ach, das ist zu viel. Wie ich sehe, habt ihr einen neuen Freund. Ich frage mich, was ihr mit Prokopok an eurer Seite wohl als nächstes über Seraph Mortis herausfinden werdet. Die Geheimnisse, die wir hier lüften, werden uns im Kampf gegen den Kerkermeister eine große Hilfe sein. Vielleicht zeigen sie uns sogar, wie man dieses Orakel weckt. Hochlaut Bolvar wird gewiss davon erfahren wollen. Bitte begebt euch in die Zuflucht und bringt ihn auf den neuesten Stand. Gleich draußen vor der Höhle ist ein Transportmittel, das ihr benutzen könnt. Ich werde hier bleiben und über das Orakel wachen. Vor euch liegt ein weiterer Weg. Jaja. Oder auch nicht. Ein seltsamer, perfekt schimmernder geometrische Form. Sie sieht wichtig aus. Raumöffner. Was das ist, weiß ich auch noch nicht. Also, keine Ahnung. Aber wir haben ja vorhin hier einen neuen Kopf bekriegt. Und der sieht ziemlich... ...strange aus. Den werden wir ganz sicher ausblieben. Aber allgemein blende ich im WoW eigentlich immer die Köpfe aus. Also, das klingt komisch, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt selten einen Transmog-Kopf, der mir zusagt. So. Dann teleportieren wir uns mal zur Bolvar. Und damit haben wir die Kapitel 1 bis 3 abgeschlossen dann. Ich gehe davon aus, wir geben das dann noch ab. Ich bin mal gespannt, was die Ältesten zu Pocopoc sagen. Welche Neuigkeiten habt ihr für mich? Ihr habt begonnen, die Rätsel von Sereth Mortis zu entwirren. Nun müssen wir dieses Wissen anwenden. Ich werde dem Primus eure Entdeckungen melden. Sein Wissen wird uns weiterhelfen. Fertig? Jetzt fertig? Oder atmest du noch drei Sätze ein? Nee, scheint fertig zu sein. Wir stehen am Ursprung der Schattenlande. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Ort, die ins Verderben reist, arbeitet mit unseren neuen Verbündeten zusammen. Ihre Unterstützung wird den Unterschied zwischen unserem Erfolg und dem Untergang aller Dinge ausmachen. So, das ist die Wiggly-Aufgabe. Verschachtelte Muster. Da kriegen wir am Ende... Die Truhe enthält Ausrüstung und Ressourcen und kosmischen Flux. So. Der ist übrigens, glaube ich, bilde ich mir ein für Legendaries wichtig oder so. Das heißt, wir haben jetzt unsere erste Aufgabe diese Woche. Bedeutet aber auch, wir haben die Geschichte jetzt erstmal so weit ausgeführt. Aber keineswegs weniger Arbeit. Es ist ein ausgesprochen schöner Tag. Was für eine großartige Kreatur. Silo sagt, dass wir keine Ressourcen für ein weiteres meiner abnormalen Haustiere hätten. Aber wir können Erna vielleicht so verändern, dass ich ihn behalten kann. Zwischen den Kreaturen und dieser Umgebung treten seltsame Interaktionen auf. Wir können ihn vielleicht kleiner machen. Ich kenne einen Ort, an dem wir unsere Forschung durchführen können. In der Nähe gibt es Blumen, chromatische Rosiden, die eine Reaktion auslösen können. Wollt ihr nicht vielleicht unterwegs ein paar von ihnen einsammeln? Viel Spaß auf euren Abenteuern. Wieso? Der ist doch gar nicht so groß. Der ist doch eigentlich ganz handlich. Ich weiß gar nicht, was die haben. Echt, ey. Okay, was machen wir jetzt als erstes? Am besten alles. So. Das ist doch der Typ hier, Chorette für die Anstrengungen. Genau. Ich warte auf. Also wir müssen auf jeden Fall in diesen Garten. Und dann möchte ich ja auch gucken, dass wir hier verschiedene Aktivitäten natürlich, Schätze und Ramos hauptsächlich vermutlich abhaken, damit wir das auch schon fertig haben dann. Das mache ich notfalls auch natürlich nach dem Stream weiter. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht alles packen. Weil es geht jetzt langsam in die Uhrzeit rein, wo dann die Leute ein bisschen ruhiger werden. Ähm. Weil natürlich müssen morgen einige Leute arbeiten. Das Glück wie ich. Wobei Glück ist so eine Sache. Ich bin eigentlich, äh, gezwungenermaßen im Urlaub. Es wäre ja auch möglich gewesen, zur Arbeit zu kommen, aber der Aufwand und der Nutzen, der stand nicht im Verhältnis. Sagen wir mal so. Und daher habe ich mich dazu geschlossen, Urlaub zu nehmen. Abgesehen davon muss ich ganz ehrlich sagen, ist es cool, jetzt am Anfang vom Patch sich jede Menge Zeit nehmen zu können, um alles in Ruhe zu entdecken. Und nicht schnell, schnell, weil man halt keine Zeit hat. Das ist nun mal so. Wir hätten definitiv nicht so viel Zeit heute gehabt. Und daher ist das eigentlich eine coole Sache. Und wie immer, da wäre an dieser Stelle gesagt, wenn ihr den Stream natürlich nicht bis zum Ende verfolgen könnt, ist das gar nicht schlimm. Ich werde in der laufenden Woche, also ich denke mal so spätestens nächste Woche, ähm, werde ich dann die nächsten Streams veröffentlichen. Ähm, Patch 9.2, denke ich mal, wird vielleicht morgen erscheinen. Also das, was wir gestern gestreamt haben. Und ich denke mal, das hier von heute werde ich am Wochenende raushauen, weil Montag mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kein Stream kommt. Entweder habe ich ein Auto und gehe dann zum Training oder ich habe kein Auto und dann bin ich gar nicht hier. Ähm, ja. Das wissen wir alles noch nicht. Es bleibt spannend. Ähm, und am Wochenende spielen wir kein WoW, da spielen wir nämlich Lost Ark am Freitag, also morgen. Und am Sonntag wird Guild Wars 2 wieder gespielt. Das heißt, WoW gibt es frühestens nächste Woche Mittwoch wieder. Das heißt, ich werde dazwischen einfach die Videos veröffentlichen. Und, äh, das hier wird ja auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Video. Das kann ich ja schon mal versprechen. So. Abgesehen davon findet ihr dort natürlich auch die vergangenen Streams. Wie gesagt, die werden nach und nach veröffentlicht, nicht direkt am Tag danach. Wobei ich auch schon überlegt habe, dass es eigentlich keinen Grund gibt, die Videos nicht direkt zu veröffentlichen. Vielleicht veröffentliche ich dann auch die Videos eigentlich direkt von WoW, weil im Endeffekt steht dem nichts entgegen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. So, jetzt sind wir ja auch schon in der Nähe von diesem Garten. Das ergibt sich ja alles gerade wie am Riesbaden, sage ich mal. Oh, hier ist auch so eine Stillechorin. Aha. Eintrag in der Wissenskonsole freigeschaltet. Ich höre ihr Lied über den Wellen, Melodien, deren Muster eine Geschichte erzählen. Springen, schwimmen, rennen. Bauchig und majestätisch bleiben sie stark. Frösche. Eindeutig Frösche. Ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist großartig. Was habt ihr heute gelernt? Ah. Blizzard. Blizzard, fail. Okay, er hat die Farbe gewechselt, aber er ist nicht kleiner. So viel Englisch kriege ich noch. Faszinierend. Wir haben es schön, dass ihr es alles faszinierend findet. Was denn da passiert? Wieso ist denn hier nicht alles übersetzt, Mann? Also das finde ich traurig, sorry, aber das geht gar nicht. Das finde ich jetzt, also... Der Satz war jetzt nicht sonderlich schwierig zu übersetzen, aber hallo? Das sollte man eigentlich haben, oder? Vielleicht sollten wir noch mit ein paar anderen Testsubjekten experimentieren, bevor wir das an Erne ausprobieren. Ja, das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt, ne? Bis zum nächsten Mal. Ah, Zeit wieder zu holen. Ja, guck du mich mal aus. Würden wir das an den Fröschen ausprobieren? Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja, der hat jetzt auch die Farbe verändert. Ich glaube, wir kriegen von dem großen Boss bestimmt gleich ein paar Haftim Nuss, weil wir hier irgendwelche Experimente an den Tieren ausüben. Bestimmt eine super Idee. Ich komme da irgendwie hin, ne? Ich komme da an die ganzen Schätze nicht ran. Das ist irgendwie... Ja, nicht frustrierend, aber... Ich hätte halt mehr Schätze gerne. So, die Quest, grausige Trophäen für den Dunkelmondjammert haben wir auch fast fertig. Das ist sehr gut, weil nächsten Sonntag fängt der nämlich auch schon wieder an. Und dann ist der Februar... Geschichte. 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 Mensch, der hat aber ganz schön was an der Rufe. Der haut ganz schön zu. Oh, aber dafür hat er wenigstens unser Quest-Item gehabt. Das ist doch was. Eine schmetterte Vorratskiste, okay. Ah, hier. Herabgestürzter Fels. Sehr schön. Jetzt können wir diesen Hammer verwenden. 200 Flux. Nice. Neue Schuhe, die wir nicht gebrauchen können, wollte ich gerade sagen. Ich nehme es zurück. Die sind sogar besser als unsere. Krass. Auch wenn das jetzt nur 3% Fortschritt gebracht hat. Das ist, äh... Ich bin mal gespannt, wie viel die Ramops bringen. Vorräte gab es wie viele? Auch wieder zwei, okay. Wenn man sich ja ungefähr ausrechnet, wie viel man sammeln muss. Dann gehen wir jetzt mal in diese Gesucht-Quest-Richtung. Die müssen wir ja auch noch abschließen. Die scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Ups. Aber da will ja gerade jemand eben auf die Mütze holen. Das klingt ja sehr gut. Not-Reparatur. Scheiß-Dreck. Das hätten wir unterbrechen müssen. Jetzt unterbrech den doch mal. Du bist doch ein Krieger. Natürlich unterbricht er den nicht. Mann. Mann. Wenn der sich heilt, das sieht man doch. Sehr gut. Hättest du aber schön lange gebraucht, wenn ich nicht gewesen wäre. Okay. Vorräte der Erleuchteten ist in Ordnung. Dann gehen wir jetzt in dieses... Zu diesem Kollegen von ihm, von dem er gesprochen hat. Weil den haben wir nämlich auch gleich einen weiteren Teleport-Punkt hier freigeschaltet. Ist hier noch was zu versteckt? Okay. Okay. Was ist das denn hier für einer? Okay. Huld des Pilgers. Frieden sein mit euch. Viel Spaß auf euren Abendrollern. Darf ich alle wieder im Inventar mit mir rumschleppen? Okay. 2,46er Ausrüstung. Die sich übrigens nur der Char holen kann, der die Sachen sammelt. Also hier ist nichts mit Twinken. Okay. Da haben wir aber mächtig was zu tun. Ich bin gespannt, wie gut sich die Dinger hier sammeln lassen. Okay, die kommen dann mal hier rüber. Die sind für mich wieder relativ wichtig. Zeit, das ist momentan die größte Währung, die wir sammeln können, glaube ich. Begleitet Rana auf der Suche nach Relikten. Heißt das, ich muss den jetzt anquatschen? Natürlich ist das Kartell wieder hier. Ja? Okay. Ich bin garinde. Okay. Ja? Okay. Okay. Jetzt würden die Stundgebundenen hier nicht so schon problematisch genug sein. Räumeln sich die Kartelleute hier auch noch so, ne? Warum habe ich eigentlich gesagt trommeln? Treiben wollte ich sagen, oh mein Gott. Äh, äh. Okay, ich möchte kein Interesse, ich habe kein Interesse mit dem da zu haben. Der Monk hat den am Arsch. Der Monk ist aber bei uns, oder? Das ist ein Elite-Mob, Leute, ich habe keinen Bock. Okay, die machen gut schade, ne? Ich habe keinen Interesse mit dem Tor. Das war's für heute. 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 Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wo kommt der denn her? Holy crap. Was macht denn das Riesenvieh hier? Der kommt doch nicht ernsthaft wegen uns, oder? So, wir haben jetzt alles. Wir verdüseln uns. Der kommt genau in unsere Richtung. Ich hab' keine Ahnung, was der hier macht, der Koloss, aber den schafft man alleine nicht. Also, wenn ihr die Idee im Arsch habt, lüchten. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Das ist mein anderes Pad. Da. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Wo geben wir das jetzt ab? Der MPC ist noch nicht wieder da. Der läuft noch da draußen rum. Äh, ja. Ich hab' gesagt, ähm, äh. War das also jetzt doch meiner, der da jetzt noch rumgerannt ist, ja? Ist das jetzt ernsthaft dein Ernst? Also, so richtig? Das ist jetzt ungünstig. Weil da ist jetzt grad so ein großer Mob im Gange. Wie greift denn der da an? Den Druiden? Den Jäger? Leute. Könnt ihr den einfach mal wegschicken? Wär das möglich? Und ein Mage ist das, glaub ich, auch noch Paralyse. Ich weiß gar nicht. Ist Paralyse Magier? Wo ist denn mein MPC? Ist der jetzt wieder zurück? Wir warten einfach, oder? Der kommt schon irgendwann wieder. Wir haben die Quest ja abgeschlossen. Normalerweise ist das doch so, dass es dann eigentlich überschritten wird, oder nicht? Da sind wir noch nicht wieder da. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Das ist doch kacke grad. Ach. Lol. Ja, okay. Ich seh's ein. Womit kann ich helfen? Ist okay. Ich hab den jetzt grad nicht gesehen. Viel Glück mit eurer Aufgabe. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt eine Daily war. Ich vermute mal schon. Blau heißt ja eigentlich immer Daily, ne? Mal sehen. So, was haben wir noch? Vorräte ist klar. Dann laufen wir jetzt wieder runter. Und dann machen wir noch auf jeden Fall die Gartenarbeit. Bin mal gespannt, was das ist. Gut, die Daily scheint gute Prozente zu bringen. Wie gesagt, die werden wir heute eh nicht schaffen, die Uigli. Das ist auch nicht beabsichtigt so. Ähm, die mach ich am Wochenende fertig. Beziehungsweise einfach nach und nach in den nächsten Tagen mach ich einfach den Kram, den man so täglich hier machen soll. Und, äh, Mittwoch geht's dann hier ganz entspannt weiter. Ich hoffe ja, dass wir die nächsten Kapitel, die wir uns natürlich am Mittwoch dann fixieren werden, auch im Stream schaffen, weil mittwochs, wisst ihr, reguläre Planung ist zwei Stunden Stream. Weil einfach nicht mehr Zeit ist. Ähm, ja. Ne? Ich versuche dann auch zwischendurch noch ein bisschen hochzufahren. Ich hab keine Ahnung, wie gut das hier überhaupt klappt. Indem ich Rahmops mache. Theoretisch. Aber ihr merkt schon, es ist jetzt 20 vor 10. Und es wird hier ruhiger. Also, das ist vor einer Stunde oder vor zwei Stunden definitiv. Noch viel, viel mehr gewesen. Sollen wir mit dem Wasserfallbehälter an einen Wasserfall gehen? Das ist ja nicht sonderlich schwierig. Und jetzt dürfen wir das mit dem... Oh, 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 oh. Dass so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Oh. Ja, moin. Jetzt haben wir so einen kleinen, knuddeligen. Wie klein wird denn dann diese Echse? Müssen wir das jetzt noch an anderen Kreaturen ausprobieren? Ne. Es sprengelt Irn mit dem Wasser. Wo ist denn der Irn? Der ist doch gar nicht mehr hier. Ne? Wo ist er denn? Da sitzt erst mal einer und angelt. Der chillt erst mal seine Rays. Ah, da ist er ja. Hallo. Okay, das hat Irn nicht gefallen. Ich glaube, du bist jetzt nicht so begeistert. Ich bringe gerade dein Host hier um. Ist er jetzt abgehauen? So, hier ist hinter den Bällen etwas, schreibt mir das Spiel. Aber ich sehe hier nichts. Ich kann den Bällen nicht verlieren. Das ist nicht so begeistert. Das treasure will nicht contain den Protothorn Schematec. Wenn du nicht have yet unlocked die Synchronisierer, wenn du den Schematec schon loast, du hast den Schematec schon verloren. aber denn ich bin mir nicht sicher was es sind t sierra synthetik sind irgendwas mit synthetik synchronisierer und jetzt kommen wir nicht mehr raus doch gutes warte mal halt halt stopp bei fuß ist hier nicht was zum anfassen das sah mir so aus dass ich das angucken kann das ist doch lila ich kann es nicht anklicken das ist irgendein grund kann ich das hier jetzt noch nicht gluten aber es hängt mit irgendeinem fortschritt zusammen keine ahnung vielleicht ein andern mal wir haben übrigens das war sogar auch schon fertig zwar so eine sehr gute idee das zu holen bevor wir hier die fest reingemacht haben es ist ein ausgesprochen schöner tag das war unerwartet nicht das nächste mal mit diese kleinen duplikate von allen waren nicht gerade freundlich irgendein effekt der fälle hat sie erschaffen sie sind nicht stabil habt ihr gesehen wohin sie verschwunden sind wir müssen sie ausmerzen bevor sie den anderen tieren etwas antun kümmert euch darum während ich meine neue probe aus den fällen besorge und ich eine neue probe 50 duplikate immer geschieht geschieht willst du mich verarschen wie lange soll ich die suchen 50 ach der schatz ich kann es bedenken der schatz ist bestimmt verfügbar wenn wir die quers 3 hier schon abgeschlossen haben war ups trifft ja keinen falschen war rein euch die poolen hier mal zusammen glaube ich recht ne So. Der ist ja schon wieder da. Oh geil. Wir ziehen uns mal zurück. Wir haben ja die Duplikate gemacht. Können die jetzt mal aufhören? Das reicht jetzt langsam hier. Geht doch. Ich bin mit solchen Glibber bedeckt. Ihhh. Ich bin lila. Ich bin blurebunt. Jetzt wäre ein Bart nicht schlecht, glaube ich. Übrigens, was ist mit Earn passiert? Earn ist jetzt so eine winzige kleine Exe. Das ist doch nichts mehr, Mann. Was ist denn mit euch passiert? Ja. Freue ich mich auch. Wir kriegen den kleinen Earn als Haustier. Oh nein, was habe ich nur für ein Chaos an diesem heiligen Ort angerichtet. Seht, Earn fühlt sich zu euch hingezogen. Es fällt mir gewiss nicht leicht, aber ihr könnt euch besser um ihn kümmern als ich. Wenn wir diese Sache abgeschlossen haben, sollte er bei euch bleiben. Jetzt wissen wir wenigstens, dass die Fälle der Größe ... ... dass die Fälle die Größe von Kreaturen verändern können. Versuchen wir es noch einmal. Besprenkelt Earn mit Wasser. Wieso soll ich den jetzt nochmal besprenkeln? Der ist doch schon so klein. Verschwindet der dann nicht? Okay, jetzt hat er wieder Normalgröße. Nee, also nicht ganz normal. Danke noch einmal für eure Hilfe. Er gehört jetzt euch. Passt auf ihn auf. Nur weiter. Problem mit kleinen Haustier. Pilger erneut willkommen. Das ist also jetzt noch eine Questreihe, die wir da irgendwo haben müssen. Äh, irgendwo bist du. Da. Hallo, kleiner Freund. Süßes Fräzchen. Tja. So, den Glimmer sind wir gleich los. Dann geht's jetzt in den Garten. Wir sind ja sowieso schon dreckig. Ne? Das ist die Frage. Wieso will ich eigentlich immer über Ü? Pilger erneut willkommen. Der Geschichtsstrang fehlt uns noch. Wo es den wohl gibt? Ob es den hier im Süden gibt? Eigentlich würde es ja mehr so zu der Ecke hier passen. Die holt der Pilger. Aber hier gab's keine weiteren Quests. Mal schauen. Mal schauen. So, Überwucherung getötet und Samen gesammelt. Ja, da werden wir glaube ich genug zu tun haben. Mit Gartenarbeit kennt man sich ja aus, nicht wahr? Mist of Pandaria. Ich muss sagen, dass das Gebiet hier wirklich viel, viel besser ist, als der Schlund es jemals gewesen ist. Wir haben jetzt noch nicht das komplette Gebiet gesehen, aber so insgesamt jetzt der erste Eindruck, den kann man sich jetzt nach fast vier Stunden, wenn ich jetzt gestern mitzähle, auf jeden Fall schon geben. Das Gebiet gefällt mir ja wesentlich mehr als im Schlund. Also damals, als sie Fortia freigegeben haben, zwei ja im Endeffekt war das ja nix. Muss man ja jetzt irgendwann mal sagen. Fortia war eine Erweiterung vom Schlund, das heißt, du hast das gleiche gemacht, nur in erweiterte Form. Also, da brauchen wir nicht drüber reden und du konntest Gott sei Dank reiten. Hier haben sie es natürlich jetzt gleich so gemacht, dass man reiten kann. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass man hier jetzt nicht alles zu Fuß machen muss. Wobei man das, ich glaube, zum Ende eines Add-ons im Endeffekt als großen Inhaltspatch, als Schluss, kann man das, glaube ich, auch nicht ganz verantworten, da die Leute wieder vom Reit dir zu holen. Mein Gott. Ich hatte vor geraumer Zeit auch einen Artikel gelesen, bezüglich Fliegen in WoW. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich an einen neuen Spieler denke, dann kann ich den Artikel wirklich nachvollziehen. Und zwar ging es darum, dass neue Spieler ja, und damit meine ich wirklich neue Spieler, das heißt, die haben noch keine Erfolge, die haben noch nichts im WoW großartig gesehen. WoW entdeckt. Und zwar wird es ja dann meist so laufen, dass die Leute in BFA leveln und dort irgendwann dann mit Stück 35 oder was das ist fliegen lernen und dann irgendwie ins neue Gebiet kommen. In dem Fall ja aktuell Shadowlands. Oder auch Kataklysmus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Kataklysmus, ne Kataklysmus zählt, glaube ich, dazu. Aber wenn du nach Shadowlands kommst, kannst du ja plötzlich nicht mehr fliegen. Und die meisten Spieler, die dann das Spiel spielen, sagen sich, hä, warum hab ich denn jetzt plötzlich das Fliegen verlernt? Und können das nicht ganz nachvollziehen. Wenn man drüber nachdenkt, ich glaube, für langjährige Spieler von WoW ist es nachvollziehbar, dass man das immer wieder verlernt, in Anführungszeichen. Weil es geht ja gar nicht darum, dass man selber nicht fliegen kann, sondern es geht darum, dass das Reittier nicht in der Lage ist, in diesem Gebiet zu fliegen. Und, ähm, ja. Ich konnte aber die Verwirrtheit der neuen Spieler ein bisschen nachvollziehen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, weil ich habe keinen neuen Account, wie das ist im Nordend und in Legion. Also die ganzen anderen Addons. Ich glaube, Kataklysmus dürfte abgedeckt sein. Aber ich glaube, dass man vielleicht im Nordend auch nicht fliegen kann. Das heißt, ne, Spieler spielt sich BFA, levelt hoch, ist Maxstufe und kann dann beispielsweise im Nordend nicht mehr fliegen. Und müsste da auch wieder von Null anfangen und dort erstmal weiterquesten oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie man im Nordend überhaupt fliegen lernt. Ähm, den Kaltwetterflug, ob es den noch gibt oder so. Ich bin ganz ehrlich, ich habe... Manchmal juckt es mich in den Finger und denke mir so, jetzt einen nagelneuen Account anfangen zum heutigen Standpunkt. Das wäre schon mal ein interessantes Erlebnis. Einfach mal alles auf Null zurücksetzen. Würde mich wirklich mal interessieren. Aber der Punkt ist, es ist ein neuer Account und es muss ein Abo abgeschlossen werden. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, damit man spielen kann. Äh, ne? Ist eher unrealistisch. Macht man eigentlich nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, mich würde es mal interessieren. Ich weiß auch gar nicht. Fahrt von der BFA, Fahrt von der Verehrte Inseln. Meisterhaftes Reiten. Also Kaltwetterflug gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, nicht mehr existent. So, wir hätten jetzt auch eigentlich mal... Warte mal. Wir gehen mal noch zurück, das lohnt sich noch. Wir können uns doch porten. Oh, was haben wir hier? Schreitet in der Geschichte von Seraph Motus voran, bis Arfna die Quest der vergrabene Bufonit anbietet. Erfüllt diese täglich, um geduldiger Bufonit aus dem Teich zu locken. Ah, ja. Sammelt 15 mal Bufonit-Honig von Bufoniten aus dieser Zone. Kauft 30 schattenhafte Rippchen aus dem Auktionshaus. Da können wir doch bestimmt auch, wenn wir Sachen hier so haben, ne? Cool, da kriegen wir am Ende den Frosch als Reittier. Erfüllt diese täglich, um geduldig Bufonit aus dem Teich zu locken. Das heißt, wir haben heute diese Honigaufgabe abgeschlossen. Es müsste also morgen eine neue Aufgabe kommen. Das ist natürlich interessant. Hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht gestern gemacht. Aber reden wir uns nicht ein. Wir hätten das gestern auch nicht mehr gemacht. Das ist so. Ich hätte das gestern nicht mehr geschafft. Ich bin gestern einfach nur ins Bett gefallen und habe dann geschlafen. Um genau zu sein, habe ich eigentlich erst telefoniert, unplanmäßig. Und dann war ich wieder hellwach. Aber das Schlafen ging trotzdem überraschend schnell und gut. Ich war irgendwie ziemlich kaputt gestern, ich weiß auch nicht. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Manchmal ist das einfach so nicht. So, dann haben wir jetzt eigentlich erstmal alle Quests hier erledigt, wenn ich richtig liege, ne? Das war jetzt auch eine Daily, oder? Allein aus diesen kleinen Samen können wir so viel lernen. Was wird aus ihnen wachsen? Werden die Wombards sie fressen? Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, diesen Ort besser zu verstehen. Okay. Wir haben eine Daily, die erleuchteten. Das ist nicht viel. Und wir haben eine zweite Daily, die ist dort unten. Dort kriegen wir einen neuen Hals, den wir auf jeden Fall holen. Das ist nicht viel, aber ein bisschen. Und wir können von hier aus darin da sehr gut hinkommen. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich auch schon fast 50% von unserer Wochenaufgabe erledigt. Das ist übrigens auch ein bisschen buggy, würde ich sagen. Meine Pets, die seht ihr ja, die sind so unrealistisch schnell. Ich weiß nicht, woran das liegt, was Blizzard da falsch macht, aber ja. Hier haben wir schon mal einen Ra-Mob. Wo soll der denn sein? Oben in der Luft? Wir können eigentlich mal nachschauen, ob wir die schattenhaften Rippchen, wie viel wir davon schon haben. Ah, das können wir nicht sehen. Alte Hulik hat dafür gesorgt, dass ich die Sachen auf dem Bankchar auch sehen konnte. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich ein anderes Addon dafür installieren müssen. Weil das sind wieder Sachen, die brauche ich eigentlich. So, was haben wir denn hier? Ebene der Verwirklichung, gesichert, fehlerhafte Konstruktion. Das sind noch 22 Stunden, das ist 10, dann machen wir das zuerst. Auch wenn wir eh beides machen. Weil wir brauchen sie ja für den Fortschritt. Die Maschine, die diese Automaß erschafft, läuft nicht. Beseitigt die Fehlerhaften, damit die anderen erneuert werden können. Yay, 4%. Das dauert jetzt wahrscheinlich ewig. Hallo, kleine Mietekatze. Explodiert er jetzt? Hä? Achso, da steht da was. Ups. Das habe ich gar nicht gelesen. Bringt die ungeformte Essenz zu Firim in der Höhle der Verbanden. Ihr könnt die optionale Reag... 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 Reagenzie? Mein Gott. Und Serif Mortis in euren hergestellten Gegenständen, der Schattenland intrinieren. Okay. Was auch immer das bedeutet. So, wir haben hier 10 Rippchen. Wie viel brauchen wir denn morgen? 30. Okay. Habe ich WoW ab eventuell im Hintergrund offen? Jawoll, habe ich. Äh... Addons installieren. Begnon. Hallo? Irgendwie funktioniert die Suche hier gerade nicht. Es ist Begnon auf 9.2. Mal schauen. Wären... ...das hier irgendwie ewig braucht zum Laden. Nö. Back 9 ist auch nicht aktualisiert. Das ist noch nicht auf 9.2, so es aussieht. Moment, ist hier noch nichts? Nee. Das ist immer noch die gleiche. Back 9 ist auch noch nicht auf dem aktuellen Stand. Das ist natürlich ungünstig. Was gibt es denn noch für Taschen-Add-ons? Ich bin da eigentlich nicht so... Mittlerweile brauche ich gar nicht mehr unbedingt einen Taschen-Add-on, aber ich hätte schon gern etwas, was mir anzeigt, ob ich irgendwo anders noch Schatten-Rippchen habe, wisst ihr? Zum Beispiel auf meinem Bank-Char. Könnte es sehr gut sein, dass der noch welche hat. Weil es ist ja wichtig in dem Moment, wenn man die Sachen braucht, ne? So, zuletzt veröffentlicht vor zwei Monaten. Ja, genau. Wurden teilweise Sachen von Becknern aktualisiert? Ark Inventory. Das kenne ich doch, das Add-on. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit. Vielleicht ist Becknern doch aktuell und ich kann es nicht richtig erkennen. Wir schauen noch mal. Ich brauche ja wirklich nur Becknern und nichts irgendwie noch dazu. Warum braucht er so lange, bis er die Add-on-Liste geladen hat? Das ist komisch. Fehler beim Verbinden mit Curse. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Leute. Das habe ich nämlich auch schon gemerkt, dass da irgendwas im Argen ist. Na gut. Dann werde ich das mal kurz zumachen. Und mal neu starten. Also, jetzt sterben wir schon mal. Oh, nein. Das war's. So, das sollte jetzt eigentlich da sein. Machen wir gleich mal ein Reload. Dann dürfte es ja auch in der Add-on-Liste auftauchen. Ah, sehr schön. Wir haben jetzt einen explosiven Kern auch. Machen wir erstmal ein Reload. Er wird dadurch natürlich nicht die Synchronisation zu dem Bankchar haben, aber die kann ich ja dann nachher herstellen. Und dann habe ich sie ja. Aber erstmal gucken, ob Back-None überhaupt funktioniert. Äh, das war das Falsche. Add-ons. Nein, das ist eindeutig nicht aktuell. Wenn ich mir einen Taschen-Add-On installiere, dann soll es aktuell sein. Das heißt, meine Add-ons Back-None entfernen. Ich weiß, es geht auch ohne. Das weiß ich. Das ist mir bewusst. Ich habe definitiv Add-ons drauf, die nicht aktuell sind. Aber ich weiß auch, dass die im Hintergrund irgendwelche Fehler verursachen können. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe kein Interesse daran, irgendwann hier wieder Lua-Fehler-Meldungen drauf zu haben. Und deswegen versuche ich so viel wie möglich. Also zum Beispiel Z-Pearl ist ein Add-on, was nicht aktuell ist. Das könnt ihr hier sehen. Scrap ist mein Verkaufs-Add-on für Schrott. Convent Mission Helper ist für die... Für den Befehlstisch genauso wie Venture-Plan. Sind beide nicht aktuell. Ähm, Z-Pearl habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, und Back-None ist jetzt noch ein weiteres Add-on, was theoretisch dabei wäre. Also wir haben hier noch ein Reload. Dann ist es ja wieder weg. Sollte es zumindest. Jawohl. Ich möchte nicht so viele alte Add-ons in der Liste haben. Ich könnte auch ohne Add-ons spielen, aber das ist dann manchmal auch ein bisschen unständlich. Gerade wenn man jetzt, so wie ich, mittlerweile mit vier Charakteren versucht, so ein bisschen ein Gleichgewicht zu haben, ist das auf jeden Fall schwierig. So, die haben wir schon mal zerstört. Das ist ja super. Dann wird es wohl Ark Inventory werden. Das ist mir aber irgendwie eigentlich protzig gewesen zum Schluss. Back-None ist so ein bisschen sanfter behandelt. Ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll. Ihr werdet das gleich sehen. Ihr wisst bestimmt, wie Back-None aussieht. Ark Inventory ist auch praktisch, aber das war mir irgendwie zu protzig am Ende. So, Ark. Inventory. veröffentlicht gestern. Das sollte also eigentlich up-to-date sein. Das dauert schon wieder viel zu lange, wie das runtergeladen ist. Das funktioniert schon wieder nicht, oder? Doch, jetzt. Gott sei Dank. So, dann. Noch einmal Reload. Warning, warning. Das ist ja schon mal gut. All junk selling options have been disabled due to scrap add-on being loaded. Okay, scrap ist raus. Das riecht gerade hier. Das überschreibt sich gerade. So, dann sollte er jetzt... Jawohl. Damit ist das schon mal aktiv. Und ihr seht schon. Bäm. Das ist jetzt natürlich extrem alles in einem Tasche und übelst viel und groß und alles mögliche. Das kann man aber noch ein bisschen entschlacken, indem man unter anderem Regeln einstellt. Das ist das Besondere an diesem Add-On. Und deswegen auch nicht Back-None, sondern das da. Back-None ist auch kein schlechtes Add-On. Aber hier kann man halt wirklich schon Sachen einstellen. Beispielsweise können wir das jetzt mal ausprobieren. Also Charakter wechseln können wir hier auch, wenn wir die anderen Charaktere besucht haben. Suchen wollte ich eigentlich gar nicht. Regeln war das, was ich nehmen wollte, oder? Hier, Bearbeitungsmodus. Also auf das Bearbeitungsmodus-Rädchen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel einstellen in der ersten Leiste. Das seht ihr dann gleich, was ich meine. Möchte ich zum Beispiel... Momentan ist nichts zugeordnet. Ich möchte hier zum Beispiel Plunder drin haben. Das ist aber, glaube ich, zugeordnet, so wie es aussieht. Warte mal. Ich habe das Add-On eine Weile nicht benutzt. Können wir vielleicht irgendwas anderes stattdessen anzeigen lassen? Was haben wir denn hier oft in der Tasche, was jetzt hier? Handwerksmaterialien. Genau, machen wir mal Handwerksmaterialien. Huch! Geht das jetzt während ich im Kampf bin? Ja. Also, Handwerkswaren. Und wir nehmen jetzt beispielsweise mal Kochkunst. Und jetzt habt ihr schon gesehen, jetzt hat sich was gemacht. Und zwar ist jetzt... Wenn ich jetzt aus dem Bearbeitungsmodus rausgehe, habe ich hier jetzt eine extra Leiste. Ähm, zeige ich euch gleich mal in Ruhr. Könnt ihr jetzt erkennen, hat er alle Handwerksmaterialien jetzt hier in eine Liste gepackt. Und hier sehe ich auch, Michiro hat 10 davon. Und wenn ich mit den anderen Charakteren nachher eingeloggt habe, sehe ich dann auch die... Uh, Forschung abgeschlossen. Das kam mir jetzt länger vor als eine Stunde. Sehe ich dann auch, wie viel die anderen Charaktere haben. So. Jetzt ist es wieder interessant. Cell Junk war ja ein Problem für dieses Error. Irgendwo gibt es hier bestimmt auch eine Option. Ach, meine Nase. Dass der den Schrott automatisch verkauft. Eigentlich. Also mit den Regeln habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Gibt es hier eine Option, dass der automatisch den Schrott verkauft. Interface, Add-ons, Arc Inventory, Einstellungen. Optionen. Ja, hier seht ihr schon, ihr könnt hier ganz viel machen. Hier war ich auch noch nicht oft drin. Live on Air, wie ich immer sage. Layout. Und Gegenstände. Automatisch öffnen, schließen. New Items, Globe, Plunder. Auto Sell, da ist es. Also allgemein und dann der Reiter Plunder. Da könnt ihr einstellen. Auto Sell. Junk Items sollen automatisch verkauft werden eigentlich. Okay, mal gucken, ob es klappt. Aha, Test Mode ist enabled. Und tschüss. Okay, ich und Englisch, ne? Okay, allgemein, Plunder, Test Mode raus. Okay. Ja, das würde ich sagen, hat funktioniert. Verkaufsliste nochmal kontrollieren. Ja. Und er zeigt mir auch an, wie viel er verkauft hat. 41 Gold, 34 Silber, bla bla. Ja, moin. Perfekt. Damit habe ich die Funktion von Cell Junk in einem Add-on mit drin. Für euch zu sehen. Das ist super. Und ich habe auch die Übersicht darüber, wo welche Sachen liegen. Das war natürlich auch eine Funktion, die von Arc Inventory, äh, von Alte Holik mitgenutzt wurde. Oh, meine Nase. So, 30% noch. Gut, werde ich mich mal wieder an das Add-on ransetzen nachher. Und die ganzen Regeln einstellen. Ich hatte damals definitiv für allen möglichen Scheißregeln. So, dass ich wirklich sehr, sehr übersichtlich in meinem Inventar gucken konnte, was ich so habe. Das muss ich natürlich nachher noch einstellen. Aber das müssen wir nicht jetzt machen. Das tut nie not. Aber es ist sehr ungewohnt, die Add-on jetzt anzuhaben. Das muss man schon sagen. Ich kann natürlich auch sagen, dass ich das woanders öffnen soll. Ich kann es bestimmt auch kleiner machen, weil mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Scheiße. Ich habe gar keinen Bock darauf, jetzt gegen den zu kämpfen, aber was soll's. Versuchen wir es mal. Ich glaube, das ist der gleiche Koloss, der uns für Hunde auf den Sack gegangen ist am Strand. Endes Strand. Aber er bringt hoffentlich auch Prozente. Obwohl mein Pad das so nicht mehr lange aushält. Autsch. Das macht ganz schön Schaden, dieser Strahl. Aber sehr gut. Er scheint auch gut Prozente gebracht zu haben. Mann. Können wir das jetzt hier mal anklicken? Gut. Fertig. Na, endlich. Fehlerhafte Konstrukteur getötet. Null von eins. Gut. Doch, nicht fertig. Scheiße. Scheibenkleister. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe das schon fast. Ich habe schon Maria gezwyesut тебя. Oder we64. fall. Da muss ich lang. Wieso drücke ich immer auf B? Das will ich doch gar nicht. Ach, das ist bestimmt da drin, aber. Ja, supi. Hätte ich ja mal für wissen können, ne? Dass ich da noch rein muss. Sieht aus wie in Ägypten, ey. Stoß die Kugel im Raum in die Kugel, die den Weg zum Schatz versperrt. Äh, ja, und wie soll ich das machen? So? Hä? Das klappt ja sogar. Mit der Geschwindigkeit würde ich jetzt nicht sagen, dass das klappt, aber... Das scheint richtig zu sein. Komm schon! Domino Day! Jo. Läuft. Geil. Ich sag's uns. Und ganz ehrlich, ohne Handynotes wäre ich aufgeschmissen. Man könnte es auch ohne Handynotes machen, ich weiß, aber... Ja. Nice, sieben von zehn. Oh, wie süß. Peekopock kann ein neues Kostüm tragen. Ey, das erinnert mich so ein bisschen an unseren Kollegen... Äh... Ja, ist der gleich. Mir ist der Name entfallen. Dieser kleine Vogel. Pepe. Ja, der fing auch mit P an. Ja, gut. Ich hab voll den Überblick in meinem Inventar. Was sieht man da? So gar nicht. Wo ist denn das Item, was ich grad bekomme? Abenteuer lustiger. Da. Ist das jetzt wieder verschlossen? Wieso hatte ich jetzt einen Teleporter dorthin? Und die Frage ist, wie kommen wir dort rein? Müssen wir da überhaupt rein? Ich weiß es nicht. Ne, das sind Vorräte der Erleuchteten. Oh! Ich musste hier gar nicht rein, wegen der Quest. Sequenzgenerator. Was ist das denn? Muss ich das anklicken vielleicht? Nö, ne? Ah. Ermutigt, Pocop, nach interessanten Objekten Ausschau zu halten. Seht euch die Kostümoption an. Gebt Pocop. Okay. Okay. Aber ich musste hier gar nicht rein, wegen der Quest. Okay, gut. Interessant. Wo ist denn dieser fehlerhafte Kram? Weil der zeigt doch eindeutig in diese Richtung. Fehlerhafte Konstrukteur. Fehlerhafte Konstrukteur. Äh, blödsinn. Können wir mir vielleicht mal sagen, wo ich jetzt hier hin soll? Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Das hört sich echt an wie eine Melodie, ne? Wenn die da reden. Ja, das ist ein Blödsinn. Ja, das ist ein Blödsinn. Ne, doch nicht. Ich hab jetzt grad gedacht, das ist der... Doch nicht, aha. Okay. Okay. Wir kriegen das noch raus, Leute. Müssen wir ja, sonst werden wir diese Questen fertig kriegen. Nein. Fehlerhafter, da ist er ja. Nein, Gott, war das jetzt eine Geburt. Kommt, tschüss. Eines Tages wird diese wunderbare Schöpfungsmaschine wieder funktionieren. Oh ja, Zyra, heute ist lange WoW-Nacht. Da hast du recht. Ich möchte heute so weit wie möglich hier weiterkommen. Also so weit wie es fortschrittlich geht. Wenn man natürlich alle Quests und alles erledigt hat, dann ist natürlich nichts mehr möglich. Aber wir haben jetzt schon 36% von der Wochenaufgabe. Und auf jeden Fall noch eine Quest. Mann, diese scheiß Vorräte, ey. Äh. Ach, das habe ich gerade gedacht, ey. Ne, jetzt ist hier sogar noch eine dazugekommen. Das ist gut. War die vorhin auch schon da? Ne, ne? Ist die hier sogar da und das ist... Oh Gott, ich bin verwirrt. Oh ja, der gefällt bis letzt. Hm. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht. Es ist sehr lange her, dass ich erstens einen Zusatzstream gemacht habe. Ich kann auch die Tatsache, dass ich die Zeit dafür habe. Ähm. Und zweitens, dass ich so Bock auf WoW habe. Also... Ist geil. Muss ich schon sagen. Aber ganz ehrlich, das brauchte WoW auch dringend. Das muss man auch sagen. Das hat Blizzard wirklich mal dringend liefern müssen. Sowas, was mal wieder richtig Spaß bringt. Legen wir das hier hin, ohne alles mitzuziehen? Wie ist das? Es muss gerade aufgekauft sein. Okay. Vielleicht schaffen wir ja heute ja sogar die erste Buchstufe. Das wäre natürlich nicht... Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht viele Rahmops jetzt hier in nächster Zeit noch machen werden. Weil, ich glaube, jetzt sind hier nicht mehr allzu viele Spieler unterwegs. Ähm. Wie nennt sich denn das Gebiet hier? Ja. Ja, doch. Okay. Also mindestens 50 Spieler sind in Seraph Mortis noch. Dann habe ich mich wohl geirrt. Und... Findet sich in der Nähe einfach ein Schatz der Schöpfung. Der Schatz knistert und summt vor euch. Ich ermutigt Pocopock für 9 Energie, den Schatz zu überladen und an die daran erhaltende Reichtümer zu gelangen. Ermöglicht Pocopock, euch Zugriff auf den Schatz zu gewähren. Ein erfolgreicher Abschluss kostet 2 Energie. Ja, wir haben bei ihm nur 10 Mustererkennung. Das ist eigentlich nur eine Aufgabe. Jetzt ist die Frage, wie wird das zurückgesetzt mit der Energie bei diesem kleinen Kerl? Energie, die zur Interaktion mit verschiedenen Systemen und Kreaturen in Seraph Mortis verwendet werden kann. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann kriege ich neue. Kriege ich um 0 Uhr neu? Dauert das eine Stunde? Das Problem ist, wenn wir jetzt das zweite versuchen und das Feld schlägt, haben wir nicht mehr genug, um die Suchtruhe zu öffnen. Ich glaube, wir nehmen das mit 9 Energie und können dann heute halt nichts mehr machen. Ich glaube, das ist besser. Aber wenn du jetzt mit dem schon was gemacht hast, dann bist du hier echt am Arsch, ne? Das ist krass. Was haben wir jetzt überhaupt bekommen? Chiffre der Ersten. Okay. Pocopop feiert euren Erfolg. Und wir haben 125 Ruf bekommen, das ist auch gut. Okay, Hurikon ist schon wieder aus den Tiefen hervorgekommen, den haben wir aber heute schon gelegt. Das heißt, da werden wir uns jetzt nicht hinbegeben. 49% haben einen Fortschritt. Dann gehen wir jetzt zur vorerst letzten Weltquest heute. Aber vielleicht kommt gleich ja noch einer. Man weiß es nicht. Ich muss unbedingt mein Inventar dann sortieren, das geht gar nicht. Ich hab da gar keinen Durchblick mehr, ey. Ich find diesen kleinen Kerl so cool, ne? Der fetzt irgendwie. So, was müssen wir hier unten denn machen? Hexagonaler Nektar. Okay. Ich würde sagen, Bienen töten. Oder sowas in der Art. Habe ich recht? Das halten die Drohnen bestimmt nicht für gut. Sag ich doch. Schon ein Akku von irgendwas. Oder doch nicht? Verdächtig wütender Tresor. Okay. Okay. Dann sag ich doch. Die halten nicht viel davon. Dass ich ihnen ihre Arbeit klaue. Nein, den wollte ich gar nicht anschießen. Wenn ich den freigebe, wie rufe ich denn den dann? Aha. Mit der Fähigkeit hier. Coco Pop. Ich glaub, du wusstest jetzt mal hier eine Runde. Ja, ich bin sicher. Der wußert mir jetzt viel zwischen meinen Beinen rum. Den rufe ich dann, wenn ich ihn nochmal brauche. Der hat sowieso erstmal keine Energie mehr. Das heißt, sonderlich hilfreich wird er mir jetzt sowieso nicht mehr sein können. Wie meine Pets da. Ich geb die mal kurz frei. Vielleicht beruhigen sie sich dann. Oh, er regt. Oh, da gibt's doch wieder was anzugrabbeln. Neues Wissen für meinen Kopf. Jawoll. Irgendwas hat das jetzt ausgelöst. Glaub ich. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das bringt, aber wir werden das irgendwie schon rausfinden. Ich glaub, dadurch erfahren wir mehr Sachen oder so. Weiß auch nicht. Wir lernen ja momentan eine neue Sprache und durch diese Dinger... Äh. Oh, nice. Äh, Fetz. Ich bräuchte euch mal wieder. Ein grafischer Schatz, ein grafischer Schatz. Ich nehme mich jetzt gerne. Vielleicht haben wir dann nämlich die andere Aufgabe heute auch noch fertig. Das wär ja mal richtig nice. Alter. Leute, könnt ihr mal aufhören, jetzt hier die Dinger aufzukloppen? Okay. Es sind immer nur vier, das ist alles. Ja, neun von zehn. Sehr gut. Jetzt geh mir hier mal weg. Ich hab nämlich keinen Bock drauf, dass die jetzt gleich wieder was aufmachen. Können sich selber drum kümmern. Das Zusammenbruch vom Otaris, der Provozierte, lässt die Berge erwittern. Otaris. Oh, da ist Ramob. Schnell hin. Die Weltquests rennt nicht gleich weg. Der schon. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ja. Gut. 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 Aber wer da ganz was brumachen hat? Sehr gut. Die Ramobs können wir definitiv nach wie vor immer noch verbrauchen. Also das wird noch ne ganze Weile so bleiben. Aber jeder neue Ramob bringt uns ein stritt weiter in den چlenkend. War auf jeden Fall eine gute Idee, die Zimmertür drüben aufzumachen. Hier kippe ich mich tief, dadurch kassere Luft. Nice. Zehn Ruf, okay, das ist nicht viel, aber ist okay. Wir haben schon von diesem Flux-Zeug, haben wir eigentlich schon eine ganze Menge. 1036, ey. Ich bin mal gespannt, wie viel wir davon brauchen, weil ich habe das Gefühl, das kriegst du ja. Wird ganz schön viel. Ich glaube, das benötigt man für den zweiten Legendary-Kram. Ich habe mir übrigens noch keinen Plan gemacht, was als zweiter Legendary in Frage kommt. Da werde ich einfach noch ein bisschen abwarten. Da wird sich irgendein schlauer Kopf schon einen Kopf machen und der wird mir dann sagen, hey du, pass auf, das ist eine gute Idee. Und wenn ich das auch für befürworte, dann werde ich es übernehmen. So wird das laufen. Die wird auf jeden Fall ein zweites Legendary kriegen, das habe ich mir eigentlich schon so gedacht, weil das bringt ja schon was. Und ganz ehrlich, ich überlege auch, weil ich überlege auch, ob ich den Twinks ein Legendary spendiere. Das ist aber natürlich eine ganze Menge Arbeit. Aber dann müssten die Torgas gehen, beziehungsweise irgendjemand müsste Torgas gehen und denen das dann... Oh, erleuchtet der Schlüssel. Was sehen meine Augeklein? Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Nö. Wofür ist dieser Schlüssel gewesen? Aber müssen die Stöckel übereisen? Wir haben keinen Baf, wir haben keinen Gegenstand bekommen. Wofür ist dieser Schlüssel gewesen? Ich weiß, wir hatten eine Truhe. Am Anfang vom Gebet, ich weiß gar nicht mehr wo. Genau, da hatten wir eine Truhe, die könnten wir nicht öffnen, weil das Schlüssel gefällt hat. Fragt mich nicht, wie der Schlüssel hieß. Generalin ab, hat noch 100%. Ja. Viel Glück dabei, bis ich da bin, dauert es aber ein bisschen. Ey, mein Inventar, das geht gar nicht. So, was haben wir denn hier? Systemplunder. So, zumindest schon mal ein bisschen weniger. Was ist denn das hier überhaupt? Handwerkswarenstoff. Handwerkswarenstoff. So, dann haben wir Handwerkswarenleder. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, diese Splitter der Herrschaft, ganz ehrlich, die sind Müll, die können weg. Ich glaube, die sind sowieso, mittlerweile stehen hier ja graue Dinger drin, die sind sowieso nicht mehr interessant. Ich habe es also geschafft, als Zeug so lange aufzubewarnen, dass sie nicht mehr aktuell sind. Es ist wunderbar, finde ich, oder? Ich finde das richtig gut. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen davon, dass die nicht mehr aktiv sind, sondern deaktiviert, so wie alte Legendaries mit alten Addons. Da werden die, wie sagt man, da werden die Fähigkeiten dazu einfach deaktiviert und die Dinger sind eigentlich nichts mehr wert. So, was haben wir noch? Bearbeitungsmodus. System. Äh, nee. Dieses Anima-Zeug, das würde ich auch gerne in einer Leiste haben. Äh, Anima, Anima, Anima. Wo ist es denn? Wo haben wir denn welches hier? Das geht unter Standard, verbrauchte Gegenstände, konventional und Anima. Ah, okay, Standard, System, nee, das war es gar nicht. Standard? Moment, wie war die Reihenfolge? Verbrauchbare Gegenstände, das war der erste. Verbrauchbare Gegenstände. Äh, konventionell. Anima. Ja, gut, so langsam wird's, Leute. So, dann haben wir hier Verbrauchbare Gegenstände, Ruf. Äh, System, Ausrüstung. Handwerkswaren, Kräuterkunde, Kochkunst, Jubilärkunst, Entschriften, Metalle, Steine und Verzauberkunst. Jetzt hätte ich gern alles in einer Reihe. Dann haben wir Seelengründende, Gegenstände, Ausrüstung, Seelengebunden. Das ist auch eine ganze Menge. System, Ausrüstung. Äh, Party-Loot? Was ist denn? Refundable. Mensch, hier kann man nicht mal in Ruhe sein Inventar sortieren, ey. Was wollt ihr denn überhaupt hier? Das macht doch gar nichts mehr. Einfach einen auf den Sack. Hundeplatz jetzt hier. Ähm. System, Ausrüstung. Party-Loot. Refundable ist jetzt weg. Hä? Ah ne, Refundable-Party-Loot. Okay, also gibt's das heute aktuell nicht. Okay. Was haben wir hier? Verbrauchbare Gegenstände, konventionell anderes. So, 6, 7, 8, 9. Okay. Okay. Normalerweise sind es Handwerksmaterialien. Hm. Moment, wie heißt das hier? System Handwerksmaterialien. System. Das da. Okay. Es ist immer noch jede Menge Scheiß hier in dem Taschen-Großplatz. Aber es wird langsam, Leute. Ihr seht schon, langsam wird es. Das hier ist zum Beispiel eine Leiste, die die Leute möglichst klein bleiben. Ähm. Man kann die Leisten bestimmt auch nochmal anpassen, was die Größe betrifft, wahrscheinlich. Aber das kann ich gerade jetzt nicht machen, glaube ich. Hier haben wir zum Beispiel nur seelengebundene Gegenstände drin. Das ist aber nicht unbedingt immer Sachen, die verkauft werden, weil, beispielsweise, das Tuch der Zusammenarbeit ist ein Gegenstand, den ich definitiv nie verkaufen lassen möchte. Ansonsten sind seelengebundene Gegenstände meistens immer zum Verkauf vorgelegt. Oder aber es sind Gegenstände, die besser sind als unsere. Aber das muss ich natürlich trotzdem kontrollieren. Aber zumindest sind sie erstmal in diesem, in diesem Part da drinnen. So. Wozu brauche ich jetzt bitte einen robusten Stein? Das bleibt mein eigenes Geheimnis. Gut. Ähm. Wir haben, was ist das für ein Ding fertig? Das ist dieses Zeug, was wir gefunden haben. Wir brauchen noch einen Vorrat der Erleuchteten. Das heißt, wir werden jetzt mal schauen, ob wir noch einen Schatz finden. 70% haben wir. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das heute noch fertig kriegen. Das Mausoleum der Ersten ist übrigens aufgedeckt, was ich interessant finde, weil ich dort drüben noch nie war. Ich weiß nicht mal, wie ich dort hinkomme. Syntaktisches Gewölbe. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Weil hier liegt ein großer Graben zwischen uns. Aber gut. Mal gucken, ob wir hier hinkommen. Diese stibitzte Kuriosität. Mal sehen, ob wir das looten können. Ansonsten können wir heute Abend auf jeden Fall das Gebiet noch komplett aufdecken. Äh, wir müssen los. Äh, wo kommen wir jetzt hin? Eilengrutze. Ach, wir müssen hier wirklich durchlaufen. Aber das Zeug ist da oben. Das ist natürlich wieder toll. Das ist natürlich wieder super. Doch nicht da oben. Ha! Wahrscheinlich hier drinnen. Oh, Ramob! Spontan kann ich. Du Kacke. Wurde mir gar nicht angezeigt, Mann. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall letztendlich, glaube ich, fertig, oder? Droppen die nochmal das oder nicht? Aua, aua, nicht töten, aua. Ui, 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 nicht töten. Lass mich am Leben. Nein, nicht betäuben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, stirb. Hallo? Oh mein Gott, ich bin jetzt noch nicht gestorben in diesem Patch. Das soll eigentlich auch so bleiben mit dem Ausrüstungsgegenstand. Soll ich gerade mal beim Trinken greifen, um festzustellen, mein Trinken war alle. So, hier wurde auch schon der nächste Rahmen markiert. Geht hier wie das Brötchen backen. Okay, der ist schon ein bisschen weiter weg. Okay, dafür brauchen wir das Verständnis der sowieso. Aber wie kommen wir da hin? Das ist von dort unten, wenn ich das richtig erkenne. Das heißt, wir müssen hier erstmal rum. Mutter Fetis. Okay. Da scheint noch ein Rahmob aktiv zu sein. Wir gehen mal Richtung Rahmob. Wir müssen ja eh aufdecken. Die Rahmob bringen 8% Erfahrung, äh, Erfahrung, Fortschritt. Nicht für Erfahrung. Da oben ist einer. Wo auch immer der ist. Vielleicht entdecken wir hier auch noch irgendwie eine Quest-Feier. Wow. Ist der jetzt schon wieder tot? Okay. Das ging schnell. Mano. Ich wollte doch auch mitmachen. Na gut, immerhin habe ich einen schönen Pelz bekommen. Oh, hier ist auch noch was ziemlich aufgedackt. D.A. Beschädigter Behälter der Giro. Dann gucken wir mal, ob wir den bekommen. Hier ist ganz schön was los. Oh, oh. Hier ist Paddy. Äh, ich habe ja mein Pad auf dich Akku gesetzt. Upsi. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, da oben ist der Behälter. Und da ist auch gerade jemand runtergesprungen. Das heißt, wir kommen da auch ohne Probleme hin, wie ich gerade sehe. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, moin. Dann haben wir die Aufgabe ja jetzt fertig. So, der ist... Ich wollte gerade sagen, der ist abkauern. Nee, nicht ganz. Geil. Dann finden wir die Quest auch fertig. Das finde ich supi. Yes, Mann. Verdächtige Sammlung. Entdeckt fünf verborgene Schätze von Seraph Mortis. Ja. Juhu. So. Verdächtige Sammlung haben wir schon abgeschlossen. Ja, geil. Ich bin happy. So, meine Pats werden gerade vermöbelt. Entschuldigung, ich sollte vielleicht mal weiterlaufen. Cool. So, erkundet Seraph Mortis. Da fehlen uns nur noch drei Gebiete. Die werden wir heute auch noch machen. Das wird hier sein, das wird hier sein und ich weiß auch nicht wo. Wahrscheinlich hier zweimal. Das heißt, wir laufen erstmal wieder zurück. Wo sind meine Pats? Prügeln die sich schon wieder? Nö. Die sind einfach weg. Schnauze voll gehabt von mir. Rutsch. Ist okay. So, was sagten die Followerzahlen? Haben sich die Bots schon selber entlöscht? 169. Also wenn ich jetzt noch ein paar Stunden online bin, bin ich vielleicht bald wieder für weniger. Ey, die Pats, die löschen sich von alleine. Wie geil ist das denn? Die übernehmen die Arbeit von mir. Perfekt. Ich glaube, ich bin der einzige Streamer gerade, der sich darüber freut, dass seine Followerzahl kleiner wird. Das ist schon lustig. Ah, herrlich. Ich habe keinen Bock, die scheiß... Was ist das denn hier unten? Sammelt kosmetische Energie von den ermächtigen Gegner, indem ihr euch in der Energielachen aufhaltet? Was? Nö. Ich glaube nicht. Warum soll ich kosmische Energie sammeln? Na, dann mal vielleicht. Das sind die kleinen Freuden im Leben, ja. Aber ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen. Ich werde mich morgen damit befassen müssen, die ganzen Leute rauszuwischen. Vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit. Ein Add-on oder... Ich habe keine Ahnung, dass das alles manuell nicht gemacht werden muss. Oh mein Gott, hier ist alles voll elite Gegner. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aber noch in den Norden irgendwie. Warte mal. Haben wir hier nicht Camouflage-Zeug gehabt? Aber ich glaube, das habe ich gerade nicht aktiv, ne? Ne, habe ich nicht. Ich habe die natürliche Heilung an. Und sie hat bestimmt auch nichts dabei, womit ich auf die Schnelle rumspecken kann, nicht? Oh, ich habe einen kosmetischen Hammer. Lizard-Account gefunden. Wo kommt der denn her? Das ist ja cool. Nice. Oh, wie komme ich da jetzt durch? Ja, schön. Da habe ich schon mal eins gepullt. Malle ist nur einmal im Jahr, oder? Wie heißt das immer so schön? Wir haben ja Totstellen, nicht? Also, ab durch die Mitte. Vielleicht besuchen wir ja einfach mal den Endboss dieses Gebietes. Weil der sollte sich eigentlich nicht hier aufhalten. Komm schon. Schreckensportal, ja. Subi, schick. Ich glaube, das war's. Wir brauchen wir nicht. Ab, weiter. Du musst nicht abfallen. Kosmetischer Hammer klingt wie eine brutale Schönheits-OP. Okay, da oben ist der Ausgang. Wir kommen. Wir schaffen das. Du musst nicht abfallen. Aber Dingsen. Ihr wisst schon. Nicht auf dem Reicht hier sitzen. Dingens. Ey, das funktioniert ja wirklich. Ist das geil. Jetzt hoffe ich, dass ich hier das Gebiet komplett habe. Ja, Lichtung der Lexik. Sehr gut. Die Seher werden gesucht. Was? Wer wird gesucht? Gut. War das für mich wichtig? Bin mir nicht sicher. Ja, nice. Fehlt nur noch ein Gebiet. Dann haben wir das auch fertig. Dann haben wir schon zwei Erfolge für den Großerfolg fertig. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel man heute, beziehungsweise diese Woche nicht heute... Bravo! Ah! Hallo! Heute shoppen kann. Diese Woche shoppen. Das wäre noch eine Frage, wo diese Questreihe startet. Wahrscheinlich startet die erst nächste Woche. Aber mal gucken, wir haben ja noch nicht alle Sacken. Das ist übrigens toll, dass ich den jetzt nicht hinzufügen kann, weil mein Jäger keine Kammer tragen darf, beziehungsweise Streitkolben. Das heißt, den muss ich entweder meinen Droiden, ich glaube DK kann auch, aber der Droide auf jeden Fall, muss ich den da hinschicken, damit er meiner Sammlung hinzugefügt werden kann. Oh mein Ohr juckt. Oh mein Ohr juckt. Leute. Oh mein Ohr juckt, Leute. Oh mein Ohr juckt, Leute. Kennt ihr das? Wenn das von innen juckt? Das kennt bestimmt jeder. Das gibt nur nicht jeder zu. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich bescheuert, aber da kann man raus. Das ist mir aber egal. Alter, dauert das lange, ey. Oh gut, er hat doch drei Meter, ne? Und solange er mich nicht tötet, ist ja alles super. Ich bin ja ehrlich gesagt überrascht, es ist kurz vor elf und der Wechsel ist noch gar nicht zum Bett gelaufen. Und nochmal Ruf. Wir uns fehlen noch 40 Ruf. Ich bin ganz sicher, dass wir die heute noch zusammen kriegen. So, zurück zum Weg. Ja, wir kriegen morgen, übrigens kleine Real-Life-Story von heutigen Tage. Ich hatte zwei Urlaub, aber ich war trotzdem fleißig. Wir kriegen morgen eine neue Batterie für unsere Türklingel. Man muss kurz dazu erwähnen, wir haben kein Haus, wo irgendwie eine batteriebetriebene Klingel drin ist. Sondern wir haben eine Wohnungsblocktür. Also wir wohnen in einem Mehrfamilienblock. Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Glaube ich schon. Jedenfalls wohnen wir in einem Block. So, Punkt. Und da kennt man das ja. Man hat einmal eine Klingel, die draußen ist, vor der Blocktür. Und dann hat man natürlich für seine eigene Wohnung auch nochmal eine Klingel. Und bei uns ging die Klingel zur Wohnungstür. Also im Block die Klingel nicht mehr. Und... Da hat sich rausgestellt... Wurde grad sagen Level Up, aber nicht ganz. Da hat sich rausgestellt, da ist die Batterie leer. Die Batterie haben wir nachgesehen. Ich weiß gar nicht, hat die uns der Typ mitgenommen? Ja. Ich habe aber ein Foto von der Batterie gemacht. Weil wir dachten, wir müssen selber eine besorgen. Das ist so eine 8, 9 Volt Blockbatterie. Ihr habt bestimmt mal diese Riesenbatterien gesehen. Im Laden. Die gibt es ja in der Regel... Naja, überall nicht. Aber in der Regel braucht man die ja wirklich nur für solche richtig großen Kinderspielzeuge zum Beispiel. Weil die wirklich eigentlich einen sehr großen Speicher haben. Also das sind ja Batterien, die halten sehr sehr lange. Oder brauchen halt... Bauen halt eine extrem hohe Spannung auch auf. Weil die sehr viel Kapazität haben. Ja, die war von 2004. Ich frage mich ganz ehrlich, wie das überhaupt funktionieren kann. Das ist eine Batterie von 2004. Die ist fast... 20 Jahre alt. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Warte mal. Ja. Die hat fast 20 Jahre aufgebuckelt, diese Batterie. Wie lange hält bitte eine Batterie? What the fuck? Das war übrigens eine Vata-Batterie. Darf ich nur mal kurz zur Qualität dieser Sachen erwähnen. Ich bin ehrlich gesagt fast umgefallen, als ich gesehen habe, dass das eine Vata-Batterie ist. Und wo man merkt, die ist nicht oxidiert oder sowas. Weil dann hätten wir auch Probleme mit der Klingel. Die war einfach nur wahrscheinlich leer. Ja. Was die nach fast 20 Jahren auch glaube ich sein darf. Ja. Aber der Techniker oder Elektriker, der da war, der sagte auch, das ist keine Klingel von uns. Die haben wir nicht verbaut. So was bauen wir nicht. Und ich dachte, ja. Das glaube ich gerne. Ich glaube auch nicht, dass so oft Klingeln verbaut werden, wo Batterien drin sind. Tja. Und der eine aus der Technikabteilung unserer Wohnungsbaugenossenschaft, der hat davon noch nie gehört. Ich weiß nicht mal genau, wo ich mir das her aufgeschnappt habe. Ich habe das irgendwo mal gehört, gesehen, dass es sowas gibt, dass es wirklich Klingeln gibt, die mit Batterie laufen. Und zwar nicht typische Klingeln, wie man sie zum Beispiel an der Haustür kennt, sondern wirklich in einer Wohnungstür. Also da sind ja Kabel in den Mauern verlegt, dass die Klingel vorne ist und so weiter. Seht ihr die Muster? Die Faktale? Ah, guck an. Der hat wirklich eine Folgequest für uns. Die Wunder der Ersten werden sich offenbaren. Hör auf zu quatschen. Schlundgänger, wie es scheint, hat Pocopop... Pocopop... Pock? So. Äh... Enigmundisch gelernt. Wat für Zeug! Damit erhaltet ihr Zugriff auf die Schätze der Schöpfung. Ihr findet mehrere Arten dieser Schätze überall in Serif Mortis. Um mir bei meinen Forschungen zu helfen, müsst ihr verschiedene Chiffren entziffern können, wie beispielsweise beim Kantarischen Protoschloss. Lasst mich euch nun zeigen, wie ihr mir zur Hand gehen könnt. Forschen kann man nie genug. Sind wir solchen... Ach du Scheiße, was ist das denn? Wat? Um auf die enthaltenen Informationen zugreifen zu können, müssen alle Lichter im Raster deaktiviert werden. Och, nö, Blizzard. Nö. Nö, 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 nö. Das ist mein... Meinweber oder wie der Scheiß heißt. Nö. Wieso müssen die in jedem Patch oder in jedem Edelon ein Spiel spielen, was ich nicht kann? Also im Shadowlands allgemein vorher war es immer diese Flugschule. Die hat Wechseln für mich das eine Mal gemacht, weil ich die für einen Erfolg benötigt habe. Ich bat zudem nicht diese Quest zu machen. Und jetzt habe ich hier diese Scheiß-Aufgabe. Nee. Und was ist hier überhaupt hell und dunkel? Ich habe keine Ahnung. Ist das das Helle? Alle Lichter im Raster müssen deaktiviert werden. Äh? Ach du Scheiße. Warte mal. Hier sind das. Das. Okay, es gibt zwei Optionen. Versucht es noch einmal. Ach, ich habe nur eine gewisse Anzahl von Versuchen. Ach du Scheiße. Nö. Ich bin da zu doof für. Woher? Woher weiß ich denn? Ich weiß doch vorher gar nicht, welche Lichter sich ändern, oder? Äh. Alter Leute, das ist 23 Uhr. Wir streamen seit vier Stunden und ich soll hier ernsthaft noch meine Gehirnzellen benutzen. Moment. Lass uns mal logisch rangehen. Ich habe jetzt eben noch kein Muster erkannt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Lichter, die jetzt dunkel sind, dann hell leuchten. Das ergibt das für mich auch noch keinen Sinn. Nee. Aber ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Geil. Ich habe keine Ahnung. Es war richtig. Um Gottes Willen. Das müssen wir nur einmal machen, oder? Das wird bestimmt noch kompliziert werden. Ich bin so dicht dran, dass... Nein. Nicht noch ein Protoschloss. Nein. Ich möchte das nicht. Blizzard hört auf damit. Ach nee. Diese Chiffre wirkt einfach, doch ein zerstreuter Verstand lässt sich leicht von ihr entwirren. Ja. Ich bin ein zerstreuter Verstand. Wie bei den anderen Chiffren auch, müsst ihr alle Lichter im Raster deaktivieren. Ich kann das doch nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich hasse sowas. Das ist irgendwie ein Spiel, was ich schon mal kenne. Also ich glaube, es heißt nicht mein User. Das war's. Das schaffe ich nicht. Diese Logik dieses Spiels werde ich niemals ergründen. Blizzard, ihr habt mir gerade den Patch kaputt gemacht. Scheiße, Mann. Ich brauche einen Addon dafür. Oh. Endgegner. Ich weiß nicht mal irgendwie das Spiel neu beginnen. Oh. Mal gucken. Wenn ich hier drauf klick. Dann werden die in die Gegend gesetzte Richtung gesetzt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn ich hier drauf klicke. Gibt es da irgendwie irgendein logisches Denkvorgang, den ich da... Ich kann sowas nicht. Das waren Spiele, die ich nie gespielt habe, weil die mir immer viel zu kompliziert waren. Wenn ich hier drauf klicke. Ich mach das einfach durchaus probieren. Habe ich hier auch wieder nur eine gewisse Anzahl von Versuchen? Oh, wir sind nur noch bei vier. Ich weiß zwar nicht, wie ich die voll kriege, aber ich glaube, ich bin sowieso genau falsch rum. Aber ich glaube, ich muss sie genau andersrum haben. Scheiße. Da gibt es bestimmt irgendeinen logischen Trick, den ich überhaupt nicht verstehe. Ich bin ganz sicher. ich mache hier gerade übrigens null nachdenken also ich habe keine ahnung irgendwie habe ich das gefühl ich mache hier fortschritte aber ich kann mich auch täuschen jetzt habe ich noch vier dunkle ich bleibe bei den vieren immer hängen scheiß trick man ich muss es eigentlich schaffen dass die viere so ein muster bilden also 123 und 123 und muss sie nur einmal in der mitte klicken und dann ist weg das kriege ich nicht hin ich lass das keine ahnung wie das gehen soll was haben wir hier keine ahnung was das ist gibt eine kopie gefundener wissen wissen kodex einträge aus habe ich jetzt irgendwas hier was ich was ich abgeben muss eingeben ausgehen eine kopie der in serif mortis geborgenen daten gute nacht nicht umfallen schlafschen okay jetzt ist das ding da jetzt ist das ding wieder da okay ich muss mir auf jeden fall überlegen wie ich diese aufgabe hier abschüsse weil das ist keine daily das ist noch best aber das ist scheiße wenn es eine daily wäre könnte ich damit leben dann würde ich sagen scheiß drauf jetzt sind es auch nur fünf chiffren und ein bisschen gold interessiert mich auch nicht aber dadurch dass es eine quest ist wird es möglicherweise eine folge quest ich muss mir dazu mal was überlegen ich weiß nicht mal genau wie das spiel heißt heißt es mein webber ist ein simples die betriebssystem microsoft windows bis einschließlich blablabla bei dem spieler durch einen kombinieren aus logischen denken und zufälligen raten herausfinden sollen unter welchen feldern minen versteckt sind ja das kommt ihm sehr nahe ich bin bestimmt nicht der einzige spieler der da massiv probleme mit hat da bin ich mir ziemlich sicher okay dann ignorieren wir das erst mal dann geben wir das andere erst mal ab weil das ist erstmal unser erfolgsfortschritt heute und dann gucken wir mal wie weit wir mit dem unseren weekly kram sind vielleicht vielleicht kriegt wechseln das ja auch hin wenn es ne daddy ist ist es mir dann egal aber wenn es ein quest ist muss es ja irgendwie schaffen aber ich glaube ich pack das nicht ich bin da so doof für das ist ungünstig ja zumindest haben wir den volk den schritt schon mal geschafft wir sind freundlich bei unseren neuen kollegen erleuchteter wustmeister und gucken wir mal was wir auf freundlichkeit schon was bekommen quell der empirischen macht erhöht eure einstimmung auf die schattenmanne erlernt alle medien und erhöht sie auf 226 das ist doch was ist die frage ob man das benötigt mögt ihr finden was ihr sucht das ist nicht notwendig fällt mir gerade auf ist das gesagt er konnte sein wird beim aufheben gebunden das habe ich das nächste mal mit ich habe ja schon auf alles auf 226 wie habe ich das überhaupt geschafft keine ahnung ich bin getriggert leute wir haben 86 prozent das sind wenn ich rechnerisch richtig liege vielleicht eventuell auch paar sachen hier aber wir brauchen es nicht unbedingt ist auch mal ich bin noch mal interessiert hier steht kaufe 30 schattenhafte rüppchen aus dem auzionshaus ich hoffe dass blizzard das so gemacht hat dass man die auch einfach so haben kann und die abgibt weil wir haben was hatte ich gesagt 10 bin mir relativ sicher dass die twinks auch noch welche haben ja wir können jetzt warten bis noch eine rahmung aufkreuzt aber wir gucken jetzt mal noch in den pilger erneut willkommen geschichtsfortschritt pilger erneut willkommen um 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 okay scheinbar scheint hier was rum zu baggen er nimmt ich habe das war so ja ich werde es ich habe es Kann natürlich sein, dass es auch einfach nur unwissend ist. Warte Erleuchtung, Legenden des Exils. Ach du Kacke. Hier im Exilteil 1 bis 7. Oh Backe, wo finde ich denn die? Werden die hier auch angezeigt? Wahrscheinlich nicht, wa? Ist der Ramob aktiv, der wird mir als einziger Mob hier gerade auf der Großkarte angezeigt, aber den habe ich ja schon gemacht. Ansonsten wird mir auf der Karte nämlich gerade gar kein Mob angezeigt. Nee, der ist nicht aktiv. Aber wir haben hier die Probastruhe. Das war die Truhe, die wir nicht öffnen konnten, wollte ich sagen. Die werde ich immer noch nicht öffnen können. Ah, ich kann nicht mehr reden. Den Schlüssel haben wir nach wie vor nicht. Was auch immer das für ein komischer Schlüssel war, den wir vorhin da angegrabbelt haben. Seht ihr das? Hier unten wächst es. Den habe ich schon gemacht. Das weiß ich. Den habe ich, glaube ich, gestern gemacht. Oder so. Aber der wird mir als einziger Mob mit weißem Totenkopf angezeigt. Der Rest ist nämlich blau. Hm. Naja, gut. Wir haben es jetzt. 23.17 Uhr. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas jetzt hier machen können. Legenden des Exils. Das ist die unten aufgelisteten Bände von Firim im Exil. Nimmt man die einfach so? Ja. Das tun wir. Ach du Kacke. Ich habe jetzt gerade nur gucken wollen. Ich will mich jetzt nicht unbedingt gleich spoilern. Aber ich habe jetzt gucken wollen. Das sind kleine Schriftrollen, die irgendwo rumliegen. Ich denke mal, dass die nicht hier gezeigt werden, oder? Obwohl mich das wundert, weil das ist eigentlich eine Sache, die eigentlich dazu passen würde. Hm. Okay. So. Was haben wir noch für eine Quest? Äh, für einen Erfolg, den wir brauchen? Abenteurer in Serif Mortis. Und das war klar. Das sind die Ra-Mops. Und ein Mittel zum Zweck ist eine Geschichtsstrang. Okay. Also der kommt wahrscheinlich auch von alleine. Ein Mittel zum Zweck. Ja. Der kommt von alleine. Okay. Dann fehlt mir von der aktuellen Kampagne eigentlich nur der Pfad der Erleuchtung. Der fehlt mir irgendwie. Okay. Der scheint nicht ganz richtig zu laufen. Also zumindest laut Forum von Blizzard sollte die da sein. Aber es scheint wohl ein bisschen buggy zu sein. Na gut. Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt bei viereinhalb Stunden und ich bin jetzt auch glaube ich an dem Punkt, wo ich sage, wir sind glaube ich für heute durch. Ich muss jetzt eigentlich nur noch die 16, wollte ich fast sagen, 14% sind es von der Weekly Aufgabe machen und morgen gucke ich einfach mal, was hier so an Dailies auftaucht. Ich denke mal, morgen werde ich vielleicht auch schon fertig werden mit der Weekly. Äh, und ich muss mir irgendjemanden suchen, der diese Quest für mich macht. Ähm, wir sind nicht ganz bei 0 Uhr gelandet, aber doch schon so ein bisschen. Ich könnte jetzt eigentlich vom Verfassung her, könnte ich noch weiter zocken. Ähm, ich habe nur gerade irgendwie gerade nichts mehr, weil wir würden jetzt auf Twinks gehen und äh, ja, das ist glaube ich jetzt nicht mehr so spannend mit anzugucken, denke ich. Was könnte man denn noch machen? Wir haben, glaube ich, mit unserem Priester eine Mythisch-Plus gemacht. Das können wir noch machen. Das ist eine Idee. Und da ist ein Rahmob ready. Der Umhüller. Auf geht's. Soviel zum Thema. Wir beenden den Stream. Oder auch nicht. Mal gucken, ob wir es schaffen. Lauf schneller, du kleines Pferd. Oh, ernsthaft? Der ist schon wieder tot? Boah. Wie schnell soll man denn hier sein, sage mal? Oh, ich krieg ne Macke. Leute, ihr seid ihr echt zu schnell. Wisst ihr das? Das ist doch kacke. Ich will auch. Gib mich. Anu. Ich wollte auch haben. Verteidige die Materialchen, bis der Umhüller aus dem Riss springt. Verteidige die Materialchen, bis der Umhüller aus dem Riss springt. Nice. Gut, dann kommen wir zu meinem Ursprungsplan zurück, dass wir auf den Shadow gehen und dort mal gucken, was sie aus der Truhe kriegt. Die hat nämlich letzte Woche ihre erste mythische Plus-ini gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine. Aber Fakt ist, glaube ich, dass sie eine Truhe hat, die abgeholt werden muss. Da bin ich mir relativ sicher. Ach ja, und wir können mal unseren kleinen Freund mal wieder rufen. Hallo, Kumpel. Was geht ab? Hast du schon wieder neue Energie gekriegt? Jo, 10 von 10. Wie geht denn das? Das ist ja geil. Okay. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange das Daub ist, der neue Energie hat, aber das scheint schnell zu gehen. Ist doch was. Gut. Gucken wir nochmal auf die Karte. Scheinbar kein Rahmott mehr aktiv. Bevor ich mich jetzt auslagge. Dann gehen wir mal eben auf die Priesterin. Die steht schon in Oribos. Die sollte, wenn ich mich richtig erinnere, eine Truhe haben. Ich glaube, das war sie. Und das war nicht der DK. Und die Eule war es, glaube ich, auch nicht. Das war nicht sie. Dann war es doch der Todesritter. Oder die Eule. Wir wissen es nicht. Finden wir es raus? Einer von diesen Charakteren hat letzte Woche eine Mödische Plus Instanz besucht. Halt die Gosche. Wer war denn das? Bin ich bescheuert. Der Droide war es auch nicht. War es tatsächlich die... War es tatsächlich der DK? Es war einer von den Vieren. Das ist auf jeden Fall sicher. Es war kein Heiler. Dann war es der Todesritter. Muss ja. Bleibt ja nur noch über. Aber... Ich habe es leider nicht geschafft, so letzte Woche geplant, eigentlich mit jedem einen Einfluss zu gehen. Ähm... Das war zeitlich einfach nicht drin. Tatsächlich. Der Todesritter. Gut. Dann macht er sich jetzt mal auf die Socken. Ähm... Was beunruhigt heute? Mich beunruhigt gar nichts. Alles schicko. Geht gar nicht besser. Halt, stopp. Bevor wir hier irgendwas abholen, müssen wir erst die Wiki annehmen. Die gab es hier unten. Oh, wir haben die Weekly wieder nicht geschafft. Ich bin so ein dummer Kopf, ey. Was beunruhigt euch? Ich sollte die echt mal machen, ey. Das gibt's nicht. Wieder 710. Wieder nicht im Abschluss gehabt. Da bin ich nochmal. Hm. Das ist so unnötig. Ich verpasse jedes Mal da eine Weekly-Aufgabe. Gut, sie hat 78, ne? Ach, das ist doof. Manu. Hätte ich eigentlich noch abschießen müssen. Aber gut. Es wird irgendeinen Grund haben, dass ich es nicht geschafft habe. Dann können wir jetzt hier auch den Kram einsammeln. Gut, dafür gab's jetzt gar kein Anima. Auch in Ordnung. So. Das ist erledigt. Willkommen. Dann bitte einmal nach Euribos. Wir werden nicht warten. Wir werden nicht warten. Okay. Okay. Sie hat scheinbar keine... Sie hat aber drei irrische Erinnerungen, ey. Die müssen sie auch mal benutzen. Bester mythischer Schlüssel. Ja, Fragezeichen. Er gibt Sinn, ja. Die muss ja nämlich noch was abholen. Zweitägliche Fest. Stimmt ja gar nicht. Gefährliche Arbeitsplatz und Gartenarbeit. Die habe ich doch abgeschlossen. Oder steht das hier, weil ich die abgeschlossen habe? Das steht hier, weil ich die abgeschlossen habe. Habe ich recht? Wahrscheinlich. Torgast. Ja, Torgast ist eigentlich nicht so wichtig. Die machen wir sowieso nicht jede Woche. Ich glaube, Torgast können wir mal aus der Übersicht entfernen. Äh, Torgast, okay. Berufung ist okay. Die können bleiben. Paragon Kiste eins. Ja, da muss ich mit Michire noch abholen. Der Rest ist klar. Und da ist natürlich jetzt neu, kosmetischer Fluxus und Schiffre der ersten. Der meiste Sound gerade nicht so leise oder was ist mit meinem Kopfhörern schon wieder? Ne, also der Audiobalken schlägt aus, dann dürftet ihr ein bisschen was hören. Okay. So viel zu tun, wenn ich mir die Ruhmstufen angucke. Das ist irgendwie komisch. Ich glaube wirklich, dass meine Kopfhörer da einen weg haben. Die sind mir einmal, habe ich die aus Versehen, ich weiß gar nicht wogegen gedonnert. Beim Tragen irgendwie. Und seitdem machen die das, glaube ich. Wahrscheinlich haben die da wirklich einen kleinen Wackelkontakt bekommen. Ärgerlich. Aber stellenweise haben sie vorher auch schon eine Macke gehabt, weil sie nicht richtig aufgeladen wurden. Ansonsten bin ich mit den Teilen sehr, sehr zufrieden. So, ich wollte nämlich hier was nachbauen. Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Mit 200. Okay. Wo hat sie denn die ganzen Sachen auf 226? Ja, ist das echt alles erspielt bei ihr? Ich bin gerade echt überrascht, dass ich das alles auf 226 habe. Das war durchgängig. Nicht nur ein paar, sondern alle. Sie hat jetzt 200, das ist klar durch das Item. Aber meine Jägerin hat alles auf 226. Hm. War hier wohl doch besser als ich gedacht habe. So. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier nicht überlegen müssen, ob wir das nehmen oder nicht. Tempo Meisterschaft wird sich für mich eigentlich durchweg gut an. Das heißt, Siegel wegen des falschen Anklägers nehmen wir und wir bekommen mythisch plus 2. Welche Dungeon? Kann ich das schon sehen? Nö. Blutige Tiefe. Okay. So, dann machen wir die Dings mal auf. Das sind auf jeden Fall schattenhafte Rippchen. Das habe ich genau gesehen. Da. Loll. Wo kommt denn jetzt der ganze... Ach, ich habe mich ja mit den anderen Chars kurz eingeloggt. Ja. 47 Stück, das sollte reichen. Mondelez hat 10, Felicia hat 3. Das ist nicht viel, aber das reicht. Und Voluna hat ganze 24 Stück. Alle Waren und Dienste erhältlich. So, Felicia bleibt bei 3. Die hat auf der Bank nicht wirklich viele Sachen. Bis zur nächsten Transaktion. Also haben wir die, diese Fleischdinger schon zusammen. Ich denke mal, Voluna wird, Christarin, wird ihre einfach rüberschicken. Ihre 20 von der Bank. Wisst ihr was? Das machen wir gleich. Was ich habe, kann ich nicht mehr vergessen. Dann haben wir nämlich die 30 Stück für die neue Quest nämlich gleich in der Tasche. bei der Jägerin. Bei der Jägerin. Äh, reit hier. Ja, und dann muss ich dran denken, dass ich gleich mal das Grab Addon raus mache. Weil das hat immer einen Konflikt mit dem anderen Addon. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Äh, wo muss ich denn jetzt hin? In Versuchung bringen? Ja, kannst du. So, schattenhafte Rippchen. Zack. Denk dran. Dann schicken wir die mal rüber. Dann schicken wir die mal rüber. So. Dann haben wir gleich die 30 Stück für morgen nämlich in der Tasche. Oh, verderbter Architekt. Na dann. Auf geht's. Wahrscheinlich bleibe ich wieder weg, wenn ich komme. Habe ich wetten? Würde ich drauf wetten? Welche haben wir auch mal Glück? Geist von Karschar. Den müsste ich, glaube ich, auch mal haben. Entweder habe ich den schon oder ich habe den irgendwo. Ist das ein Spielzeug vielleicht? Muss mal nachschauen, wo es den noch gibt. Weil der ist wirklich ein ganz schöner Speedboost. Okay. Sehr gut. Der ist noch nicht so lange. Sehr gut. Mein Kopf. Ich weiß nicht. Ach. Ich weiß nicht. Ach. Ich weiß nicht. 25% Oh, das ist nicht... einичig.. Das ist noch nicht. Ich weiß nicht. Das ist. Ich bin getriggert offiziell, ich möchte das jetzt gerne abschließen. Das hat doch bestimmt einen Grund, dass der Magier jetzt hier in den Süden läuft, oder? Kann auch gar keinen Grund haben, aber vielleicht auch einen Grund, warum hier ein Ramoth kommt. Hat das einen Grund, warum du hier langläufst, Magier? Musst du die Quest hier nochmal? Ja, du musst die Quest hier nochmal machen. Okay. So, hier haben wir wieder eine tolle Kugelquest. Und die hat sich wieder ein Hexer verewigt. Aber wir versuchen die Kugelquest auch. Kugelschatzquest. Ja, unsere Pets haben wir eine Schwierigkeit, um zurückzukommen. Aber wir schaffen das auch ohne. So, jetzt abt ihr ja. Ja. So, jetzt abt ihr. So, jetzt abt ihr gehört. So, jetzt abt ihr, weil wir halt deine Kugel给我 kappaert werden können. Okay, bis jetzt hier. So, ich probiere, was ihr sagt, dass wir das Beste haben. So, jetzt abt ihr. Was ist das Beste? So, ich hab's da. Also, ich hab's da. So, jetzt abt ihr ja. So. So, ich hab's da. Beideus, das ist das Beste. So, ich hab's da. So, das ist ja super, was das Beste. Und jetzt abt ihr da. So, ich hab's da. Also, ich habe keine Ahnung, wie man hier hochruppen soll. Hört mal die Pets wegschicken, die irritieren einen nur. Also, da muss ich sagen, da ist Guild Wars, aber ein enormes Stück weiter, was so eine Sprungquest angeht. Da gibt es das so haufenweise, aber da ist es wesentlich leichter, es zu schaffen. Was ist denn, Schatz? Gut, ich wunderbar jetzt. Wie kommt denn dieser blöde Raptor überhaupt da hoch? Wenn du mich jetzt runterschmeißt, na? Ich schwör dir, deine Nachfahren werden die Schmerzen noch hören. Ein Prozent, okay. Das ist gemein und das weiß Blizzard. Ein fucking Prozent, Mann. Tötet einen Nasszentra-Diener im Norden, während er Stärkungszauber-Schöpfungskatalysator-Überladung hat. Um diesen selbst zu erhalten, tötet weitere Diener. Diese brauchen den Stärkungszauber nicht, bis du fünf Stapel hast, dann bricht die Tür zum Schatz auf. Dieá gegen die Halle effekt ist, dann bricht diese im Norden, das heißt dann im Norden im Norden heißt für mich eigentlich hier, aber im Norden kann ja auch einfach nördlich dieser für sein, oder? Ah, hier. So, der hat so eine Übernahme. So, und jetzt sollte ich noch mehr töten, damit ich fünf Stück kriege. Ja, wir sind aber nur zwei gewesen. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Es läuft mir der Buff aus und ich habe keine mehr, um ihn zu erneuern. Ganz zu einfach aus dieser Truhe wohl doch nicht. Jetzt kommen auch keine neuen Diener. Ah, doch, hier ist einer. Dreier. Dreier. Vier. Nein. Drei. Vier. Ja. Ja. Ich muss heute vielleicht nicht so viel holen. Ich muss heute vielleicht nicht so viel holen. Aber hier rennen die rum. Also wir müssen hier rumstehen. Ja. Mann. 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 Möchtest du mich verarschen? Ja, wir brauchen zwar nicht unbedingt welche, die diesen abhaben, aber das Problem ist, wir haben gerade keine anderen, die keinen haben. Komm schon! Insgesamt fünf Stück und dann müssen wir derzeit auch noch zur Ruhe laufen. Das ist der letzte. Scheiße, es gibt ja wieder so eine Kackbuff. Okay, jetzt die Truhe, Schatz öffnen. Hoffentlich klappt das. Okay. Okay. Geil. So. Warum der Typ da steht, weiß ich nicht. Weil das ist schon schwierig genug, diesen Fortschritt sowieso schon zu bekommen. Aber da muss der auch noch ein Typ stehen, so prismatischer Sockel, 236er Gegenstand. Nice. Mit Sockelmann. Was haben wir hier? Wir können jetzt unseren kleinen Kollegen als Chefkoch verkleiden. das ist ja mal auch geil. Und ein Spielzeug. Nett. Und ein neuer Rahmops. Und ein neuer Rahmops auch noch da. Soll mir noch mal jemand sagen? Wir haben nichts zu tun, Leute. Die fünf Stunden kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Null Uhr werden die wohl auch noch knappen. Horausgesetzt der Rahmop lebt so lange. Ich glaube nicht, dass ich es noch rechtzeitig schaffe. Das ist ein ganzes Stück Weg. Aber damit haben wir den Garten eigentlich abgeschlossen. Wir brauchen jetzt nur noch hier die beiden Rahmops. Und dann haben wir den Garten eigentlich schon fertig. Geil, wird die Weekly an einem Abend abgeschlossen. Blizzard? Ich glaube, das war nicht euer Plan, oder? Da habe ich Glück und ich schaffe es noch. Ich weiß nicht mal, ob ich den schon habe. Ich glaube, den habe ich schon. Aber... Ne, den habe ich noch nicht. Und ich schaffe es sogar noch. Aue. Haben wir aufgenommen. Und ich schaffne dich. Alles klar? In mir. Ich weiß nicht. Herr, es ist die Frage. Da? Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ja, dann gehen wir mal die Weekly ab, wa? Geil. 500 Ruf. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Tribut der Erleuchteten. Mal sehen, was da rauskommt. Aus der Truhe enthält wertvolle Ausrüstung und Ressourcen, die von den Ältesten der Erleuchteten gesammelt wurden. 900 Gold und neue Beine. 233er. Äh, da. Sind das die? Geheimnisvolle Beinschützer? Nee, das sind die gar nicht. 233. Das sind die. Ja, dann haben wir unser Legendary an. Die brauchen wir also nicht. Wieso sind die jetzt nicht hier in meiner... Doch, jetzt hat er sie da reingepackt. Gut. Wollte sagen, er hat noch eine Regel dafür erstellt. Ja, geil, Leute. Dann haben wir das jetzt wirklich geschafft bei heute. Wir sind mit Serif Mortis für diese Woche durch. Ich gucke mal, ob ich noch rausfinden kann. Sammlungen. Nee, Sammlungen war es gar nicht. Erkundung? Shadowlands? Ja. Part der Erleuchtung. Ähm. Hier haben wir auch schon ein paar. Aber die werden nach und nach kommen. Spätestens, wenn wir fliegen können. Ähm. Ich bin nur doof, weil den brauchen wir ja für den Flugerfolg. Ja, auch sonst bin ich sehr intelligent. Ich bin auch so doof, ey. Spätestens, wenn wir fliegen können, dann kriegen wir diese Abenteuer. Ramops. Ja. Nee. Ähm. Das wird schon irgendwie werden, denke ich. Haben wir auch im Schlund geschafft. Werden wir also hier auch schaffen. Ich denke mal, das dauert am längsten mit den Ramops. Legenden im Exil. Ja, das könnte auch noch spannend werden. Und das hier kommt von alleine. Ein Mittel zum Zweck. Das gucken wir nach. Warum das noch nicht aktiv ist. Ich glaube nämlich, dass das schon sein müsste. Ja. Und dann haben wir nur noch Ramops, um die Intelligenten zu machen. Bei den Intelligenten schaue ich mal online. Ob ich mir die raussuche und mache. Oder weiß ich auch nicht. Ja. Leute. Es hat begonnen. Es hat begonnen. Weiterer Plan. Ihr kennt es. Twings. Aufrüsten. Sie hat jetzt 19.000 Anima mittlerweile zusammen. Wieder. Wobei, wieder. Hatte sie die ganze Zeit, ne? Ich gucke mal kurz. Ja. Doch. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, verschleichen wir uns ganz langsam und leise ins Gasthaus. Und wir sehen uns morgen schon wieder. Und wir sehen uns morgen schon wieder. Und unter Vorbehalt. Weil ich nicht riskieren will, dass ich auspflege oder sowas. Und dann läuft einfach der Stream ein bisschen anders diese Woche. Kommt durch den Urlaub. Nicht? Und da Freitag ist, kann man ja vielleicht auch ein bisschen eher starten. Aber unter Vorbehalt. Aber unter Vorbehalt. Ja. Ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle. Ich werde euch nicht weiter raiden. Wir sind bei fast 5 Stunden. Ich bin sehr über die Statistik heute gespannt. Wir sind bei 169 Followern. Ich habe also jetzt gleich eine schöne Aufgabe vor mir. Entweder lasse ich es so oder ich lösche es. Aber eigentlich möchte ich es rauslöschen. Ja. Unser erster Bot-Angriff, Leute. Ihr wart live dabei. Oder auch nicht. Dieses Video kommt, wie gesagt, in ein paar Tagen bei YouTube online. Und nächstes WoW-Stream-Tag ist Mittwoch. Ich wünsche allen Zuschauern, die jetzt noch wach geblieben sind, eine gute Nacht. Ein schönes Wochenende, falls ihr auf Lost Ark keinen Bock habt. Und denkt dran, ansonsten ist Sonntag Guild Wars Tag. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Und ich wache, es Commenterate. Ich kann ihnen sagen, es möchte martieren. Und ich erkläre es uns schon. Ich glaube, wir dürfen den Boden zum Glück 이번mern. Ich glaube, wir probieren, uns beim Strom. Wie viele sind? Ich incrementieren, die mundane. Und ich hätte gerne... Ich fosse mit Problem 9 Plus Danke gather. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.